Herzlich Willkommen zur 16. Episode des Tschüss-Basedo-Podcasts, Deinem Audio-Guide, der Dir eine ganzheitliche Betrachtung dieser Erkrankung bietet und Dich empowert, damit Du Deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Episode erfährst Du alles, was es rund um das Thema Weihnachten mit Morbus Basedo zu wissen gibt, wie Du Deinen Lieben erklärst, dass Du eine andere Ernährungsform hast, sodass sie Dich verstehen und es akzeptieren können, was Du tun kannst, wenn Du das klassische Weihnachtsessen nicht mitessen kannst oder willst, wie Du mit all dem ungesunden Essen in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten selbst umgehen kannst, was Du in Bezug auf Morbus Basedo und Alkohol zu Weihnachten bedenken solltest, wie Du das Familientreffen zu Weihnachten so meisterst, dass Deine Bedürfnisse und die der anderen erfüllt werden, wie Du gesunde Grenzen setzen kannst, wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammentrifft. Außerdem zeige ich Dir eine praktische Übung, um Deine körperlichen und emotionalen Grenzen zu spüren. Du bekommst 10 sehr kraftvolle Tipps, wie ein gesunder und guter Umgang mit dem ganzen Stress in der Vorweihnachtszeit gelingt und am Ende wartet auch noch eine tolle Weihnachtsüberraschung auf Dich. Ich bin Gerti Schöpe, Deine Mentorin und ich wünsche Dir nun viel Freude und gute Erkenntnisse. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier sitze und Dir diese Episode einsprechen kann. Falls Du Dich schon gefragt hast, ob mit meiner Mikrofoneinstellung heute was nicht stimmt, nein, wie Du an meiner Stimme unschwer erkennen kannst, habe ich gerade eine schwere Erkältung hinter mir. Ich bin noch sehr nasal unterwegs und habe die letzten vier Tage mit Fieber im Bett gelegen. und es sah lange Zeit so aus, als würde ich diese Episode gar nicht mehr rechtzeitig einsprechen können. Aber es hat geklappt und ich bin wieder fit genug und deshalb legen wir jetzt los. Diese Episode ist eigentlich aus einem kleinen Scherz entstanden. Bevor ich die letzte Podcast-Episode zum Haarausfall rausgebracht habe, habe ich meine Follower auf Instagram über so einen Multiple-Choice-Fragesticker in der Story raten lassen, zu welchem Thema sie wohl sein wird. und ich hatte das Thema Weihnachten mit Morbus Baseldo in den Auswahlmöglichkeiten. Ich fand es eigentlich damals schon, als ich es eingegeben habe, ziemlich cool, auch als Idee für einen Podcast. Und dann wurde genau dieses Thema am häufigsten angeklickt. So oft, dass ich mir gedacht habe, okay, da ist offensichtlich Bedarf und nicht nur ich finde dieses Thema gut, sondern auch meine Community. Und so ist diese Episode entstanden und als ich sie verscriptet habe und mir nochmal durchgelesen habe, habe ich mich richtig reinverliebt, weil es ist so viel Wertvolles drin. Zwei Tipps für dich gleich vorneweg. Leg dir unbedingt was zu schreiben raus. Du wirst dir Notizen machen wollen. Also das wird sich lohnen. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dabei, weil am Ende gibt es noch eine ganz tolle Weihnachtsüberraschung für dich. Ja, Weihnachten. Hast du noch die Magie von Weihnachten vor Augen, als du ein kleines Kind warst und du vor freudiger Aufregung kaum schlafen konntest, als die Düfte von selbstgebackenen Plätzchen, Tannenbaumgrünen und Kerzen durchs Haus geweht sind? Die Zeit, in der Weihnachten vor allem eins war, schön, aufregend, gemütlich und besonders. Im Erwachsenenleben angekommen, verschwindet der Zauber der Weihnachtszeit oftmals ab November und die stressige Vorweihnachtszeit beginnt. Wie viele Gänge bereite ich fürs Dinner zu? Wann besorge ich noch welche Geschenke? Wo finde ich den schönsten Christbaum? Und wann soll ich die Wohnung festlich dekorieren? Manchen graust es auch schon vor dem alljährlichen Familientreffen oder vor einer ganz bestimmten Person wie dem nervigen Schwiegervater und so weiter. Wir werden in dieser Episode diesem Phänomen auf den Grund gehen und du bekommst ganz konkrete Tipps, wie Weihnachten seinen wunderbaren Zaubert für dich zurückerhält und vor allen Dingen, wie du mit Morbus Basedow die Weihnachtszeit gelassen nehmen kannst. Als Vorbereitung auf diese Podcast-Episode habe ich meine Community auf Instagram befragt, welche Themen ihnen in Bezug auf Weihnachten mit Morbus Basedow ganz besonders unter den Nägeln brennen. Und die Antworten haben mich bis auf eine kaum überrascht. Da kam ganz oft das Thema viele Termine bewältigen, das Familientreffen meistern, wie setze ich Grenzen, wenn alle zusammentreffen, wie gehe ich um mit dem Stress in der Vorweihnachtszeit, wie gelingt eine gute Stressregulation, wie kann ich Stress reduzieren, wie gehe ich mit dem ganzen Mental Load rund um Weihnachten um. Und ich möchte dir dazu einmal zwei persönliche Nachrichten vorlesen, die mich über Instagram erreicht haben als Reaktion auf diese Umfrage, die ganz schön zeigen, was bei vielen von euch los ist. Hallo Gerti. An keinem anderen Fest hängt so viel wie an Weihnachten. Für meinen Mann ist es heilig. Alle drei Kinder kommen nach Hause, bringen zum Teil auch ihre jeweiligen Partner mit. Meine Schwester kommt auch. Nach dem Tod unserer Eltern feiert sie immer mit uns. Einerseits sind die Tage schön und alle sind zusammen. Andererseits verfalle ich sofort wieder in den Modus perfekte Mutter, perfekte Ehefrau, perfekte Gastgeberin. Alle sagen, ich bin so relaxed. Aber nein, ich bin innerlich total angespannt. Eigentlich schon jetzt. Ich habe mich aus dem Perfektionismus herausgearbeitet. An Weihnachten allerdings klappt es nicht. Und ich bin immer froh, wenn es vorbei ist. Und die andere Nachricht war, ich mache jetzt schon mehr tägliche Atemübungen, wenn ich an meinen Schwiegervater denke. Unaufgearbeitete Familienthemen und Verzeihen ist gerade meine Herausforderung mit Baseldo und Weihnachten. Ja, und genau dazu gehe ich jetzt in dieser Episode ganz, ganz ausführlich auf diese Themen ein. Und ich teile am Ende auch noch zehn ganz, ganz kraftvolle Tipps mit dir, gerade was das ganze Thema Stressregulation angeht. Ein weiteres Thema, was mich auch nicht gewundert hat, dass das kommt, ist das ganze Thema Ernährung. Also, wie erkläre ich meinen Lieben, dass ich eine andere Ernährungsform habe? Was mache ich, wenn ich das klassische Weihnachtsessen nicht mitessen kann? Und wie gehe ich mit all dem ungesunden Essen in der Vorweihnachtszeit um? Ja, auch da, ich fühle euch total, weil genau das war auch einer meiner größten Pain Points, als ich erkrankt war. Einerseits hatte ich den Wunsch, in mir möglichst schnell gesund zu werden, mir nichts durch irgendeinen Fehltritt in der Ernährung zu ruinieren. Und andererseits wollte ich aber auch teilhaben. Also, mich einfach mit den anderen dazusetzen und einfach mal unbeschwert sein. Und in meinem Fall habe ich mich einfach viel zu oft und viel zu lange mit einem sehr schlechten Gewissen und sehr viel Verzicht herumgequält und mich gegeißelt und war streng zu mir. Und ich möchte dir heute einige Schritte zeigen, wie es dir da viel leichter gelingen kann, einfach teilzuhaben und Weihnachten unbeschwert zu genießen. Auch wenn die Jodkarenz und der Verzicht auf einige entzündungsfördernde Lebensmittel wunderbar dazu geeignet sind, deine Überfunktion zu bremsen und die Antikörper zu senken, so ist und bleibt Morbus Basado doch eine Stressfolgeerkrankung und kein Ernährungsfehler. Und das heißt, du darfst auch mal Ausnahmen machen, ohne gleich befürchten zu müssen, alles, was du dir bisher erarbeitet hast und alles, was du bisher erreicht hast, über Nacht zu ruinieren. Ja, und dann haben ganz viele aus meiner Community ein Thema eingereicht, was ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das ist das Thema Alkohol und Weihnachten. Und weil das für so viele aus meiner Community ein offensichtlich bedeutender Punkt ist, gehe ich da ganz ausführlich drauf ein. Also, ich gehe jetzt diese Themen schön der Reihe nach mit dir durch. Und das erste Thema, mit dem ich hier starten möchte, ist, wie gelingt ein guter Umgang während des Familientreffens und wie schaffe ich es, Grenzen zu setzen? Worin liegt es denn, dass Weihnachten mit unseren Lieben so viel emotionalen Stress in uns hervorruft? Daran, dass kaum ein anderes Fest mit so hohen Erwartungshaltungen und so krass überzeichneten Idealbildern und Idealvorstellungen beladen ist wie Weihnachten. Und hier gleichzeitig so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinandertreffen. Ich teile mit dir hier gleich eine sehr schöne Methode, mit der ihr Weihnachten als Familie nicht nur ohne großes Drama überlebt, sondern sogar noch die Bedürfnisse von allen möglichst gut erfüllt werden. Dazu gebe ich dir gleich vier sehr kraftvolle Fragen an die Hand, die dir und deiner Familie helfen können, ein entspanntes Weihnachtsfest zu verbringen. Sie helfen euch, dass ihr vorher eure Bedürfnisse klärt, sodass sie euch bewusst werden und ihr sie euch dann auch erfüllen könnt. Dazu teile ich noch ganz konkrete Umsetzungstipps mit dir. Oft ist es ja schon so, dass wenn wir zu Weihnachten zusammenkommen, vorher bei allen der Druck und die innere Erwartungshaltung ganz, ganz hoch ist. Wenn wir uns als Familie schon einmal im Jahr sehen und sich alle für diesen Termin extra freinehmen, sich schick machen und zusammenkommen, dann muss es klappen. Dann muss es gut werden. Dann muss Harmonie herrschen. Weihnachten wie aus dem Bilderbuch. Und wenn das nicht so ist, dann haben wir als Familie versagt. Und das erzeugt eine Menge Stress in uns. Und was tun wir bei Stress? Wir klammern uns an den Strategien fest, die uns helfen sollen, unser inneres Bedürfnis zu erfüllen. Und da jeder ein anderes inneres Bedürfnis hat, kommt es jetzt ganz, ganz leicht zu Konflikten. Was wir nämlich unbewusst tun, ist, dass wir davon ausgehen, dass alle anderen Menschen um uns herum das gleiche Bedürfnis haben wie wir selbst. Und wir erwarten also von den anderen, dass sie Weihnachten genauso feiern wollen, wie wir das wollen. Und häufig sind wir uns unserer eigenen Bedürfnisse noch nicht mal vollständig bewusst, sondern sie sind eher was, was aus unserem Unterbewusstsein kommt, was wir uns erstmal ins Bewusstsein holen müssen, damit wir das Ganze auch klar kommunizieren können. Ich teile mit dir jetzt ein kleines Ritual, was euch als Familie helfen kann, um in Verbindung zu kommen und umzuschauen, was die einzelnen Menschen am Tisch zu Weihnachten so brauchen. Setzt euch zu Beginn des Weihnachtstages oder gerne auch schon in der Vorweihnachtszeit zusammen und beantwortet euch dafür offen und ehrlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, welches Bedürfnis möchte ich durch Weihnachten erfüllt bekommen? Also, warum bin ich eigentlich hier? Was bedeutet mir Weihnachten? So, und Person 1 antwortet dann vielleicht, ich möchte die Verbindung mit der Familie stärken, ich möchte Liebe und Wertschätzung geben können, ich möchte das Beieinandersein genießen können. Person 2 hat vielleicht ein anderes Bedürfnis, und die antwortet dann vielleicht, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte Entschleunigung, ich möchte ganz viel Besinnlichkeit, endlich mal keinen Trubel und ganz viel Me-Time. Und Person 3 wiederum hat noch ein anderes Bedürfnis. Person 3 antwortet vielleicht, Ich bin so neugierig, ich möchte Action, ich will Aufregung an Weihnachten, ich will endlich mal mit euch spielen können, ich will ganz viele Überraschungen mit ganz vielen Geschenken erleben, ich will, dass Weihnachten witzig ist, ich will, dass wir lustige und gesellige Spiele spielen. Und du merkst jetzt schon, da sind drei Personen am gleichen Tisch, aber alle haben ganz andere Bedürfnisse, die sie an Weihnachten erfüllt haben möchten. Und keins dieser Bedürfnisse ist besser als das andere. Sie sind alle legitim. Aber du merkst schon, wenn diese Bedürfnisse unausgesprochen und vielleicht sogar unbewusst in den Weihnachtstag hineingetragen werden, dann sind Konflikte vorprogrammiert und dann sind auch Enttäuschungen vorprogrammiert. Und sich diese Bedürfnisse mit dieser Frage mal bewusst zu machen, das hilft jedem Einzelnen und das hilft aber auch der Gemeinschaft total, wenn diese Bedürfnisse einfach mal ausgesprochen werden, weil plötzlich haben wir die Chance, das zu sehen, was die anderen brauchen und wir wissen auch, was wir selber brauchen. Und die zweite Frage, die ich dir und euch mitgeben möchte, in der wird es dann konkret. Wie und wodurch könnte dieses Bedürfnis an Weihnachten erfüllt werden? Also Person 1, die ja ganz viel Verbindung mit der Familie, Liebe, Wertschätzung und das Beieinander sein genießen wollte, für die wäre vielleicht eine Wertschätzungsrunde toll. Jeder verschenkt auf einem schönen Zettel ein Kompliment an die anderen oder es wird zusammen gekuschelt und Weihnachtsmärchen vorgelesen oder es finden gemeinsame Aktivitäten statt, wie Plätzchen backen oder kochen. Für die zweite Person, die ja zur Ruhe kommen wollte, die Entschleunigung, Besinnlichkeit auf gar keinen Fall Trubel und viel Me-Time haben wollte, wäre vielleicht ein schöner Spaziergang in der Natur wichtig, gemeinsam einen schönen, ruhigen Weihnachtsfilm angucken, gemeinsam ein Weihnachtsmärchen hören oder was Besinnliches vorlesen. Und für die dritte Person, die ganz viel Neugier, Action, Aufregung, Spiel, Überraschung und Witziges erleben wollte, für die ist vielleicht eine Runde Schlittenfahren richtig oder aufregende Gesellschaftsspiele wie die Wehrwölfe von Düsterwald, Activity, Tabu, Verstecken, Pantomime oder auch gerne so das Geschenke auspacken mit irgendwas in Verbindung bringen. Also da kann man zum Beispiel das Pantomime-Spiel einbauen. Ihr könntet Tiere pantomimisch darstellen und wer es errät, der darf das nächste Geschenk auspacken oder so. Ja und Weihnachten wird für euch alle so viel leichter, weil alle sich ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst sind und zugleich auch von den Bedürfnissen der anderen wissen. Und jetzt könnt ihr anfangen, Weihnachten so zu planen, dass von allem was drin ist und dass sich alle abgeholt fühlen. Und zugleich wird euch klar, dass Weihnachten nicht nur dazu dient, das Bedürfnis einer einzigen Person zu erfüllen und dass es nur eine Variante von Weihnachten geben kann, wenn alle zusammenkommen, sondern dass es einfach wichtig ist, dass ihr Kompromisse findet und ihr löst euch vielleicht zugleich auch von dieser Erwartungshaltung, dass alle immer super begeistert bei allem dabei sein müssen, sondern vielleicht macht ihr einen Teil, den ihr gerne gemeinsam gestalten wollt. Also vielleicht das gemeinsame Essen und das gemeinsame Geschenke auspacken. Und dann gibt es aber auch so einen ganz flexiblen Teil, wo vielleicht Angebote stattfinden, wo Menschen gemeinsam kreativ sein können oder gemeinsam spielen können oder gemeinsam musizieren können. Was auch immer. Ich kann dir mal von meiner Familie erzählen, meine Schwiegerfamilie, um genau zu sein, wo wir super schöne Weihnachten erlebt haben in den letzten Jahren. Und zwar haben wir auch immer so einen freien Teil in dem Nachmittag, wo einfach ganz viel Schönes, Gemeinschaftliches stattfinden kann, wo sich so jeder rauspickt, was für ihn richtig ist. Also da kann spazieren gehen, wer will, oder spielen, wer will. Oder für meine Schwiegermutter ist auch mal ein Powernap möglich, weil die das einfach auch in ihrem Alter inzwischen erschöpft, mit so vielen kleinen Kindern gemeinsam in einem Raum zu sein. Aber was wir immer gemeinsam machen, ist Geschenke auspacken und gemeinsam essen. Das ist für uns einfach eine sehr schöne Möglichkeit gewesen, auch mit so einer großen Familie, wie das bei uns ist, wo wirklich ganz viele zusammenkommen. Ein sehr friedliches und schönes und erfüllendes Weihnachten für alle zu gestalten. Letztlich entsteht so am Ende des Tages bei allen das Gefühl, dass wir einen schönen Tag miteinander verbracht haben und alles stand so unter diesem Motto, alles kann, nichts muss. So, und was machst du jetzt, wenn du so jetzt beim Zuhören das Gefühl hattest so, ja, Gerti, aber du kennst meine Familie nicht. Mit der klappt es ganz bestimmt nicht. Da redet nämlich keiner über seine Bedürfnisse. Ja, dann bist du einfach schlau und stellst die Fragen ein bisschen anders. Dann fragst du als Frage 1, was möchtest du dieses Weihnachten nicht mehr erleben? Also, was hat mich letztes Weihnachten gestört? Was möchte ich dieses Weihnachten anders machen? Die meisten Menschen wissen nämlich sehr genau, was sie nicht wollen. Und da kommen die meisten ganz schnell dran. Beispiel, ich möchte nicht mehr für alles alleine verantwortlich sein und für alle alleine kochen. Oder, ich möchte keinen Stress und keinen Streit mehr. Oder, ich möchte nicht mehr zu wenig Zeit für mich haben. Oder, ich möchte keine Langeweile mehr. Okay. In Frage 1 sammelt erstmal jeder für sich, was möchte ich dieses Weihnachten nicht mehr? Und dann kommt Frage 2 und die ist ganz wichtig. Was kann ich ganz konkret stattdessen tun? Und das ist jetzt wichtig, dass ihr das positiv als Lösungsvorschlag formuliert. Also, Beispiel, wenn ich bei Frage 1 geantwortet habe, ich möchte nicht mehr für alles alleine verantwortlich sein und alleine für alle kochen, dann könnte ich in Frage 2 sagen, okay, stattdessen gebe ich ab und ich frage, wer kann mich unterstützen? Person 1, Person 2, Person 3. Oder, wie können wir die Kocherei auf alle aufteilen? Wir bilden Kochteams und wir machen einen konkreten Plan, wer was wann mitbringt. Das wäre ein konkretes stattdessen. Oder, die Person hat auf Frage 1 geantwortet, ich möchte keinen Stress und keinen Streit mehr. Dann wäre jetzt in Frage 2, was kann ich ganz konkret stattdessen tun? Eine mögliche Antwort, okay, stattdessen kann ich für mehr Empathie und mehr Frieden kleine Impulse setzen. Ich kann kleine Achtsamkeitsrunden anleiten, ich kann eine Wertschätzungsrunde einleiten, wo wir zu jedem drei positive Eigenschaften sagen, die wir am anderen beobachtet haben oder wo wir zu jedem drei Momente aufzählen, an denen der andere für mich da war und die mir sehr viel bedeutet haben, die mir Kraft gegeben haben und für die ich ihm danken möchte. Wenn eine Person in Frage 1 gesagt hat, okay, ich möchte nicht mehr zu wenig Zeit für mich haben, dann kann die Person ganz konkret stattdessen in Frage 2 vorschlagen, okay, stattdessen nehme ich mir jeden Morgen zwei Stunden ganz für mich alleine und ohne die Familie und dann sind meine Batterien voll und ich kann in das Getümmel hinein. oder ich mache am Nachmittag eine halbe Stunde in meinem Zimmer für mich etwas komplett ohne die anderen. Oder in Frage 1 hat eine Person gesagt, ich will keine Langeweile mehr erleben, dann wäre ganz konkret stattdessen in Frage 2 als Antwort möglich, okay, stattdessen bringe ich ganz konkret ein schönes Gesellschaftsspiel mit und schaue, wer mitspielen mag. Und du merkst schon, so bekommt ihr Ideen, wie ihr Weihnachten so gestalten könnt, dass auch bei euch alle Bedürfnisse erfüllt sind, auch wenn die Personen in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind, dass sie an ihre Bedürfnisse wirklich rankommen. Und wenn du jetzt ein bisschen smart bist, dann kannst du auch bei den Antworten aus dieser ersten Frage, also was möchtest du nicht mehr erleben dieses Weihnachten, so ein bisschen empathisch nachfragen und so der Person ermöglichen, ihr Bedürfnis auch zu erkennen. Beispiel auf die Frage, was möchte ich dieses Weihnachten nicht mehr erleben, kommt die Antwort, ich möchte nicht mehr für alles alleine verantwortlich sein und alleine für alle kochen. Okay, dann kannst du vorsichtig nachfragen, also, ist es dir besonders wichtig, dass wir mehr Zeit gemeinsam verbringen? Und wenn dann die Antwort ja ist, dann weißt du, okay, jetzt hast du das Bedürfnis gefunden. Diese Person hat das Bedürfnis, die Verbindung mit der Familie zu stärken, die möchte Liebe und Wertschätzung geben können, die möchte das Beieinander sein genießen können und die möchte mehr Zeit mit den anderen verbringen können. Vielleicht ist aber auch die Antwort nein, dann kannst du nochmal nachfragen und vielleicht antwortet die Person dann, nein, ich möchte nicht mehr alleine kochen und für alles alleine verantwortlich sein, weil ich möchte mehr Ruhe und mehr Zeit für mich haben, sonst kann ich Weihnachten gar nicht genießen. Jetzt hast du auch das Bedürfnis aufgedeckt, also diese Person möchte eigentlich zur Ruhe kommen, die möchte Entschleunigung, die möchte Besinnlichkeit, kein Trubel und viel Me-Time und gemeinsam könnt ihr sie jetzt besser unterstützen. Fazit, egal wie deine Familie gestrickt ist, geh los, geh los für ein Weihnachtsfest, an dem eure Bedürfnisse erkannt, ausgesprochen und somit auch erfüllt werden. Du kennst deine Lieben am allerbesten und du weißt, du für sie sich am ehesten öffnen werden. Du kannst es auch super kreativ gestalten. Du kannst zum Beispiel jeweils die Frage 1 in der Vorweihnachtszeit als eine wunderschöne Karte an deine Lieben rausschicken und sie einfach bitten, diese Frage schon mal vorher für sich zu klären und dann kommt jeder mit seiner Karte an den Tisch und dann geht die Runde 1 ganz schnell und in Runde 2 kommt ihr dann zum Beispiel viel schneller auch auf den Punkt. Es ist so, so, so wichtig, dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen, dass unsere eigenen Bedürfnisse klar sind und du kannst einfach in deiner Familie die Person sein, die startet und die alle anderen inspiriert. Denn wenn wir unsere Bedürfnisse klar haben, dann können wir sie auch mitteilen. Niemand kann deine Gedanken und deine Erwartungen in deinem Gesicht ablesen und du kannst die anderen auch erst wirklich verstehen, wenn die ihre Bedürfnisse gleich mal geäußert haben. Sprich also offen und wertschätzend mit deinen Lieben und sprecht über eure Bedürfnisse. Und noch ein ganz persönlicher Tipp an dich, wenn du deine Bedürfnisse als Wünsche, Bitten und Einladungen formulierst, also in etwa so, ich wünsche mir oder mir würde es Freude bereiten wenn oder es würde mir gut tun und helfen wenn ich ich habe die Bitte das oder ich habe Spiel XY mitgebracht und ich lade euch ein mit zu spielen wenn ihr mögt dann fühlt sich niemand gedrängelt dann fühlt sich niemand angegriffen sondern ganz im Gegenteil du hast die anderen offen und freundlich in deine innere Welt mitgenommen und ihnen ermöglicht deine Bedürfnisse auch zu sehen und die Wahrscheinlichkeit dass deine Bedürfnisse jetzt erfüllt werden ist sehr hoch ja und an dieser Stelle möchte ich noch ein Wort an alle Mütter richten weil auch Mütter haben Bedürfnisse und gerade Mütter fallen bedauerlicherweise zu Weihnachten hinten runter und Mütter mit Morbus Basedow haben sogar die Tendenz sich selber hinten runter zu kicken wenn du so willst viel zu oft geht schon vor Weihnachten einiges von der wundervollen Weihnachtsmagie verloren Mütter und auch Väter übrigens opfern sich auf um den Kindern das schönste Weihnachten aller Zeiten zu zaubern eine Frage beherrscht dann oft die gesamte Vorweihnachtszeit was braucht es alles damit die Kinder an Weihnachten glücklich sind die Eltern schenken sich häufig untereinander gar nichts mehr und Weihnachten ist für sie längst nicht mehr so zauberhaft wie früher bei Müttern mit Morbus Basedow kommt häufig noch ein erschwerender Faktor hinzu und das ist Perfektionismus in Kombination mit einem harten inneren Antreiber und eine tiefe tiefe Erschöpfung durch die Krankheit kleines Memo erinnere dich mal an den O-Ton der Followerin aus Instagram das ich am Anfang vorgelesen habe genau das mach dir bitte klar als Mutter mit Morbus Basedow das Gelingen von Weihnachten hängt nicht davon ab dass du alles gibst und dass alles perfekt ist sondern vor allem dass du dich als Mutter und damit Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit konzentrierst und dass du nur so viel von deiner Energie rausgibst wie auch vorhanden ist dazu gehört manchmal auch sich von den eigenen Idealvorstellungen von Weihnachten zu lösen und sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden im Gegenteil zu früher wo als Kinder die Freude auf Weihnachten nicht durch To-Do Listen getrübt war sondern wo wir uns als Kinder voll auf den Genuss und auf das Erleben von Weihnachten konzentrieren konzentrieren da liegt unser Fokus im Erwachsenen Alter oft nur noch darauf wie kann ich es für die Kinder schön machen wie kann ich es für die anderen schön machen was muss ich alles denken für wen muss ich noch was besorgen und so weiter und genau hier habe ich ein Turning Point für dich mach dir am besten direkt nach dem Anhören dieser ganzen Podcast Episode klar wie du es an Weihnachten und in der Zeit davor auch für dich schön machen kannst was würde dir gut tun was würde auch dich in Freude versetzen was würde auch deine Augen zum Leuchten bringen welches Bedürfnis hast du als Mensch nicht als Mutter an Weihnachten weil guck mal wer hat gesagt dass Weihnachten nur für die Kinder schön sein muss und wir Mütter dabei hinten runter fallen wo steht geschrieben dass du dich aufopfern musst dass du vielleicht auch das fortführen musst was bei dir als Kind jedes Jahr so stattgefunden hat vielleicht wärst du ja viel glücklicher wenn du gar nicht kochen musst sondern ihr einfach alle Pizza bestellt und nach der Bescherung gemeinsam einen schönen Spielen Nachmittag verbringt bei dem alle auf ihre Kosten kommen Liebe Mutter du bist nicht hier um zu funktionieren und deine Kinder haben auch nichts davon wenn du dich auf auffasst deine Kinder haben aber sehr wohl ganz viel davon wenn deine Kraftreserven über den Heiligabend hinausreichen und du dich mit ihnen über Weihnachten freuen kannst deine Kinder werden sich später nicht mehr daran erinnern wie sauber die Wohnung war ob es eine Nordmanntanne oder eine Fichte war die da im Wohnzimmer gestanden hat ob der Baum Schmuck zur restlichen Wohnungseinrichtung gepasst hat wie viele Gänge das Essen hatte und wie perfekt dir jeder Gang gelungen ist sondern sie werden sich viel mehr daran erinnern wie viel Nähe du zeigen konntest wie viel Zeit ihr miteinander verbracht habt wie viel Aufmerksamkeit du ihnen geschenkt hast wie die Stimmung war wie die Energie bei miteinander gefühlt habt wie viel Energie du hattest um mit ihnen zu spielen fröhlich zu sein zu singen und vorzulesen wie viel echte Anteilnahme du gezeigt hast weil deine Energiereserven voll waren und du ganz für deine Kinder da sein konntest wie viel Kontakt ihr hattet über Blicke über eure Körper und wie tief und liebevoll wie nährend und wert schätzend sich dieser Kontakt angefühlt hat und was auch in dieses Thema Weihnachten mit der Familie hineingehört ist das ganze Thema Grenzen setzen und ja gerade bei Morbus Basel ist es einfach so 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 wichtig dass du lernst dich selbst zu spüren und für dich und deine Wünsche und Bedürfnisse einzustehen es ist einfach auch ein Thema des Hals Chakras authentisch über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sprechen zu können und wenn du ein Basel hast dann liegt an dieser Stelle eine Blockade vor und es ist eine schöne Möglichkeit das in so einem Setting von Weihnachten einfach zu üben Manchen Menschen fällt es super schwer bei sich selbst zu bleiben und sich selbst zu spüren wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind sie bemerken dann oft erst im Nachhinein dass sie sich anderen gegenüber gar nicht abgrenzen konnten und zwar daran dass sie sich hinterher wenn alles vorbei ist leer erschöpft und übergangen fühlen und dann ist es eigentlich zu spät andere wiederum kennen zwar ihre eigenen Grenzen und nehmen sie auch im Zusammensein mit anderen wahr doch sie trauen sich nicht ihre eigenen Grenzen entsprechend einzufordern sie sind der Meinung sie hätten gar nicht das Recht dazu sich anderen gegenüber abzugrenzen nicht zuletzt gibt es auch diejenigen die sich sehr schnell angegriffen fühlen und ihre Grenzen oft schon im Vorfeld verteidigen ohne dass es nötig gewesen wäre was ganz schnell zu Konflikten führen kann sich abzugrenzen lernen heißt aber in den allermeisten Fällen auch sich einfach mal trauen nein zu sagen nein zu sagen und bei dieser Meinung zu bleiben auch wenn es den anderen vielleicht enttäuscht das ist für viele Menschen schwierig da es manchen viel zu unhöflich erscheint und insbesondere Frauen mit Morbus Basado haben so eine Tendenz es allen anderen zuerst recht zu machen gefallen zu wollen und sie können oft sehr schlecht nein sagen und für sich einstehen nein sagen zu können ist aber auch eine Stärke die du lernen und trainieren kannst sich abzugrenzen und das ganze zu lernen ist nicht falsch sondern sogar sehr sehr notwendig eine gesunde Abgrenzung bedeutet die eigenen Grenzen zu kennen zu spüren wo ende ich wo fängt der andere an und gleichzeitig die Grenzen der Mitmenschen zu respektieren diese Grenzen sowohl die eigenen als auch die Fremden zu achten ist einfach eine Grundlage für ein harmonisches miteinander und deshalb auch in Bezug auf Weihnachten so wichtig wir müssen einfach lernen für uns einzustehen weil sonst werden wir immer ein unglückliches Fähnlein im Wind der anderen sein und das bedarf ein bisschen Übung und vielleicht auch ein bisschen Willenskraft allem voraus geht auf jeden Fall dass du dir erstmal selbst klar machen musst was du willst und was nicht und genau dazu habe ich dir eine tolle praktische Übung mitgebracht die wir jetzt hier in dem Podcast zusammen machen also das wird ab jetzt mal kurzen Mitmach Podcast und das ist eine praktische Übung die ursprünglich aus dem Qigong kommt und du brauchst dafür nichts anderes außer dich und deinen Körper und wenn du den Podcast jetzt gerade beim Autofahren hörst kannst du natürlich nicht mitmachen aber wenn du zu Hause bist dann mach dir immer die Hände frei und stell dich einfach mal gemütlich hin also Füße gut auf dem Boden erden ein bisschen auseinander dass du einen guten Stand hast und die kleine Übung die wir jetzt zusammen machen damit regst du deine Körpergrenze an also deine physische Außengrenze und danach machen wir noch eine Übung für die psychische Außengrenze und durch die Aktivierung deiner körperlichen Grenzen kannst du zunächst mal deinen Körper bewusst spüren und das ist ganz ganz wichtig weil das auf einer unterbewussten Ebene hilft dich selber zu spüren und deine eigenen Grenzen auch erstmal mit deinen Händen abzuklopfen und genau das machen wir und das Fantastische an dieser Übung ist dass durch das Abklopfen des Körpers alle Flüssigkeiten und Energien in deinem Körper angeregt werden zur Hautoberfläche zu fließen das steigert einerseits deine Empfindung und die Erfahrung von Präsenz im Hier und Jetzt und Lebendigkeit deines Körpers und andererseits aktivierst du durch deine Körpergrenzen auch dein Immunsystem und das ist ja im Fall von Morbus Basel Doppelt gut also wir starten wie folgt du klopfst entweder mit den flachen Händen oder mit den Fäusten probierst aus was sich für dich gut anfühlt in einem für dich angenehmen Tempo und Rhythmus auf deine Brust auf deine Thymusdrüse und dann wanderst du jetzt langsam hoch Richtung Gesicht klopfst über den Hals das Gesicht ab wanderst hoch zum Kopf hinten auf den Kopf auf den Nacken von da aus wieder zurück zur Thymusdrüse und von hier aus wandern wir jetzt über den Bauch runter wenn du das gemacht hast gehen wir vom Nacken aus den Rücken runter so gut du kannst guck mal wieder da mit deinen Armen drankommst bis runter zum Gesäß und dann nehmen wir jetzt die Arme mit dazu du startest mit dem linken Arm und klopfst den zuerst von der Unterseite zur Hand hin an und dann über die Hand über den Handrücken die Armoberseite zurück zur Schulter und dann nimmst du den anderen Arm du startest oben an der Schulter klopfst die Unterseite bis zur Handfläche und dann drehst die Hand um und klopfst die andere Seite und das gleiche machst du jetzt mit den Beinen büchst dich und fängst an mit der Innenseite der Beine von oben nach unten kannst dir ein Bein aussuchen gehst runter bis zu den Füßen wieder zurück und wechselst das Bein und machst das da nochmal so und wenn du dich jetzt mal ganz kurz mit geschlossenen Augen hinstellst mal so nachspürst vielleicht merkst du okay die Haut kribbelt vielleicht so ein bisschen mehr und du hast dich jetzt einmal komplett gespürt vielleicht spürst du dich jetzt auch insgesamt etwas deutlicher und die zweite Übung ist jetzt für den Geist da geht es jetzt um die psychische Ebene von Grenzen setzen das ist eine Wahrnehmungsübung unserer emotionalen Außengrenzen und diese Übung kann dir sehr schön helfen wenn du nur wenig Gespür für deine Grenzen hast oder die immer wieder übertrampelt wenn oder du noch gar nicht so ein richtiges Gespür dafür hast wie nah möchte ich Menschen heute kommen lassen oder nicht und zwar bleib dafür stehen schließ deine Augen und breite einmal deine Arme weit aus ganz weit und ich bitte dich dass du jetzt gleich deine Handflächen von den ausgestreckten Armen langsam zu dir ziehst also auf dich zubewegst auf deinen Kopf zum Beispiel und dass du dir vorstellst dass deine Handflächen Menschen oder Anforderungen sind die von außen auf dich zukommen und irgendwann wirst du merken so da ist jetzt wie so ein Punkt das ist wie so ein Widerstand ich möchte die jetzt nicht näher rankommen lassen vielleicht wird es da warm oder du spürst so einen Widerstand ab da hörst du einfach mal auf also starte jetzt mal beweg mal deine Handflächen auf dich zu stell dir vor das sind Anforderungen und Menschen die kommen und ja ich habe jetzt schon Stopp bei mir gefunden da fühle ich jetzt wie so ein Widerstand ich möchte nicht dass die näher kommen vielleicht bist du aber heute auch total relaxed und kannst die ganz nah an dich ran lassen dass die dich fast berühren können und das ist vollkommen okay was ich dich bitte ist jetzt wenn du den Stopp gefunden hast dass du mal die Augen aufmachst einfach mal guckst so okay so von 100% Abstand Arme ganz ausgebreitet wenn ich jetzt mal so schätzen würde also ich bin jetzt so auf 80% stehen geblieben das wären 20% kann ich dir heute nur so nah an mich ran lassen also ich habe heute das Bedürfnis nach weit gesteckten Grenzen ich bin noch ein bisschen krank ich merke ich kann noch nicht so gut und diese Übung hilft dir sehr schön deine eigenen Grenzen zu erspüren vor allen Dingen auch wenn es darum geht Menschen oder Anforderungen in dein Feld zu lassen es geht jetzt so ein bisschen um dieses Energiefeld ja und kann dir einfach empfehlen diese Übung immer wieder mal morgens früh für dich als kleinen Check-in zu machen weil dir das sehr schön spiegelt so wie geht es mir eigentlich heute du kannst dir auch über den Tag immer wieder machen und es ist einfach mal eine Übung mit deinem Körper mit diesem wunderbaren Zellgedächtnis die dir helfen kann wirklich einfach deine Grenzen mal wahrzunehmen weil die eigenen Grenzen wahrnehmen zu können ist immer der erste Schritt immer der erste Schritt den wir machen müssen wenn es überhaupt um Abgrenzung geht nicht erst wenn wir merken boah jetzt ist jemand rüber getrampelt sondern vorher schon zu wissen wo ist eigentlich meine Grenze ja und mindestens genauso wichtig wie sich dieser Grenzen bewusst zu bleiben ist sie auch zu achten ja diese Bewusstheit zu halten es kann sehr schwierig werden besonders dann wenn ganz viele Eindrücke und ganz viele Informationen innerhalb kurzer Zeit auf uns einströmen und wir ganz viele Eindrücke verarbeiten müssen also auch wenn wir mit vielen Menschen über einen längeren Zeitraum innerhalb eines begrenzten Raums zusammen sind was ja genau an Weihnachten bei den meisten passiert je länger und je enger man mit Familienmitgliedern zusammen ist umso wichtiger wird das dass man die eigenen Grenzen wahrnimmt hier gilt es aber auch ganz besonders die Grenzen jedes einzelnen Familienmitgliedes zu achten und wie ich dir vorhin schon erwähnt habe ist nicht jeder Mensch gleich jeder hat seine eigenen Bedürfnisse die er in Weihnachten mit hinein bringt manche brauchen mehr andere brauchen weniger Zeit für sich und das gilt es einfach zu respektieren und deswegen ist das sich selber wahrnehmen das sich selber bewusst machen der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Grenzen so wichtig und dann braucht es eben die Absprachen also fragt euch doch gegenseitig was jedem Einzelnen von euch gut tut was möchte jeder gern für sich machen und wie viel Zeit bräuchte er dafür du kannst es auch super mit den Fragen vorhin kombinieren kannst die Übungen sogar machen mit deinen Lieben wenn die für sowas offen sind weil drüber zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten schafft immer auch Nähe und Verbundenheit und vielleicht erfährst du dabei ja ganz viel über die anderen und die anderen vielleicht auch ganz viel über dich was ihr noch gar nicht über euch wusstet und auch das kann ja super schön sein und für gesunde Abgrenzung als Selbstfürsorge und zum Selbstschutz kommen jetzt hier noch vier ganz konkrete Tipps für dich der erste Tipp um dich abgrenzen zu lernen ist die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen damit sind wir wieder beim Thema Bedürfnisse und all das was ich dir schon dazu mitgeteilt habe es kann nämlich sein dass wenn du deine Wünsche und Bedürfnisse und deinen Lieben kommunizierst und auch die anderen ihre Wünsche und Bedürfnisse kommuniziert haben der Wunsch Grenzen zu setzen plötzlich vollkommen verschwunden ist weil alle einander kennen und alle die Wünsche und Bedürfnisse der anderen kennen und berücksichtigen können wenn du weißt was dir wichtig ist dann kannst du es auch kommunizieren also mach die Frageübung die ich dir vorhin geteilt habe unbedingt auch für dich selbst ja was erwarte ich von Weihnachten was sind meine Bedürfnisse diese Übung meine ich erst dann kannst du erkennen was für dich in Ordnung ist und was nicht formulier deine Wünsche für Weihnachten einfach mal ganz ehrlich und ganz klar für dich und denk nicht nur dran was die anderen vielleicht von dir wollen könnten beim ersten Mal kann es sein dass dir das noch ein bisschen komisch vorkommt oder dass dir das ein bisschen schwer fällt besonders wenn du deine eigenen Wünsche lange unterdrückt hast aber nimm dir mal die Ruhe und die Zeit für diese Übung die ist echt kraftvoll und wenn dir nur lauter Dinge einfallen die du nicht willst dann machst es genauso wie ich es gesagt habe notiere sie dir und frag dich dann was du stattdessen willst versuch aber unbedingt auch an dein emotionales Bedürfnis zu kommen was du mit Weihnachten verbindest der zweite Tipp um dich abgrenzen zu lernen ist frage dich ob es der andere wirklich böse mit dir meint und ob du wirklich Schutz brauchst hinter dem Wunsch der Abgrenzung steckt oft das Gefühl der Ohnmacht und daraus entsteht dann der Wunsch nach Schutz aus Angst irgendwie angegriffen untergebuttert verletzt und klein gemacht zu werden meist hat diese Angst hat dieses Ohnmachtsgefühl seinen Ursprung in unserer Kindheit und wir projizieren diese alten Gefühle bei jedem Trigger in die Gegenwart und dann reagieren wir genauso wie damals als Kind mit Ohnmachtsgefühlen oder wir fügen uns tun was andere von uns verlangen und trauen uns einfach nicht nein zu sagen und solange wir uns dieser Muster nicht bewusst sind können wir gar nicht anders und erwachsener reagieren und dann entsteht dieser Wunsch nach ich muss Grenzen aufzeigen ich muss die anderen in ihre Grenzen verweisen oder in ihre Schranken verweisen das ist übrigens auch der Grund dafür warum wir im zweiten Teil des Mentorings diese alten Muster aufdecken und ins Bewusstsein holen und dann aussteigen können denn damit wir überhaupt erwachsen reagieren können und nicht auf dem Autopiloten unserer Kindheit laufen ist einfach eine innere Arbeit und eine innere Weiterentwicklung notwendig diese alten Muster verursachen eine Menge psychischen Stress dass der zu so einer Stressfolgeerkrankung wie Morbus Basado führen kann und es gibt leider Gottes sehr viele Menschen die lebenslänglich auf diesen alten Mustern laufen nie aus diesem Autopiloten aussteigen und letztlich dadurch nie wirklich erwachsen reagieren können um Nein sagen zu können ist es aber genauso wichtig die eigenen Emotionen zu verstehen und zu meistern und gleichzeitig die Sicht des Gegenübers zu verstehen und auch dafür braucht es wieder ein bisschen Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung es ist halt so erst kommt verstehen und dann verstanden werden und nicht andersrum also erst muss man die anderen verstehen können und dann werden wir selber verstanden ganz 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 häufig interpretieren wir aus altem Schmerz etwas in die Worte unseres Gegenübers hinein was dieser vielleicht gar nicht so gemeint hat also Beispiel wir hören so eine Sachbotschaft wie das Essen ist fertig auf dem Befehlsohr also bei uns kommt dann nicht an Sachinformation das Essen ist fertig sondern bei uns kommt ein Befehl an los beeil dich sonst wird das Essen kalt und lass die andere nicht so lange warten oder oder wir hören genau diesen neutralen Satz das Essen ist fertig auf dem Emotionsohr immer brauchst du eine extra Einladung kannst du nicht einmal von alleine an den Tisch kommen du bist ein schlechter verkehrter mangelhafter und rücksichtsloser Mensch hat die Person gar nicht gesagt interpretieren wir aber in diesen Satz hinein wenn wir es auf dem Emotionsohr hören und deshalb kleiner Appell an dich überleg einfach mal ob deine Lieben dir wirklich etwas Böses wollen oder ob du vielleicht zum Beispiel nur auf einem alten Muster läufst oder auf dem falschen Ohr zugehört hast überleg dir unbedingt auch ob du die Absicht der anderen Personen richtig gedeutet hast also das zweimalige Nachfragen nach etwas das muss gar kein Angriff auf dich sein und das muss auch nicht sein dass die Person jetzt vielleicht über deine Antwort hinweg gehen möchte sondern vielleicht hat sie wirklich einfach nur noch nicht mitbekommen was du beim ersten Mal gesagt hast oder sie hat nicht mitbekommen dass es dir unangenehm ist auf Thema XY angesprochen zu werden oder whatever es kann halt niemand in dich hineinschauen und deine Gedanken lesen sofern es deinen Mitmenschen nicht bewusst war dass du dich zum Beispiel aus Angst nicht traust Nein zu sagen mit ihnen unbedingt darüber reden weil diese Angst vor der Reaktion vor der Enttäuschung oder vor der Ablehnung der anderen existiert meistens nur in unserem Kopf und vielleicht glaubst du du musst Grenzen setzen weil du dich nicht traust Nein zu sagen dabei würde es einfach mal helfen mit deinen Lieben darüber zu sprechen ein Gespräch wird dir helfen zu verstehen dass es für andere völlig in Ordnung ist wenn du mal Beispiel jetzt an Weihnachten einfach mal nicht für alles die Verantwortung übernimmst besonders wenn sie dich lieben werden sie dir zuhören es ist übrigens auch gar nicht schlimm geliebte Menschen mal mit einem Nein zu enttäuschen es kann ja wirklich sein dass sich manche Menschen in deinem Umfeld gerne in ihrer Komfortzone ausruhen und du einfach bis jetzt immer alles gemacht hast und das war für andere super bequem und ja so Nein enttäuscht sie vielleicht und dann müssen sie ihre Komfortzone mal verlassen und mit anpacken aber weißt du was dieses Nein hilft euch beiden beim Wachsen einmal den anderen aus ihrer bequemen Komfortzone rauszukommen und dann hilft dieses Nein auch dir weil du lernst mit dem Nein zu den anderen Ja zu dir selbst zu sagen letztlich ist das eine Win Win Situation auch wenn beide Seiten kurzzeitigen Wachstumsschmerz haben und der dritte Tipp um dich abzugrenzen ist bleibe ruhig und höflich aber bleibe bei deiner Meinung Nein ist ein vollständiger Satz du schuldest eine Erklärung bleib stets höflich aber auch strikt wenn du eine gute Entscheidung für dich getroffen hast Nein heißt Nein Punkt Wenn das deinem Gegenüber nicht gefällt lass dich nicht auf Diskussionen ein Ein Ja zu dir ist ja nicht verhandelbar Du brauchst dich auch nicht schuldig zu fühlen weil du bist die wichtigste Person in deinem Leben und nur du bist für deine Gefühle und deine innere Welt verantwortlich sieh also zu dass du am Ende des Tages vor allen Dingen mal mit dir im Rennen bist dass du am Ende des Tages das Gefühl hast heute habe ich richtig gut auf mich acht gegeben und mir alles recht gemacht und das ist nicht egoistisch und das ist auch nicht gemein den anderen gegenüber sondern das ist deine verdammte Pflicht du kannst dir nur ein gesundes glückliches und vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft sein wenn du gut und gesund auf dich achtest und alle anderen Menschen um dich herum sind genauso wie du für ihre Gefühle selber verantwortlich heißt wenn es denen nicht passt dass du nein sagst dann ist das vollkommen okay aber du bist nicht dafür verantwortlich was für Gefühle diese Menschen in sich erzeugen du kannst aber auch auf eine sehr liebevolle Art ablehnen was dir nicht zusagt und zwar mit dem sehr kraftvollen Satz das fühlt sich für mich nicht stimmig an dieser Satz ist deshalb so kraftvoll weil du darin sagst das fühlt sich für mich nicht stimmig an und an deinen Gefühlen zweifelt so schnell niemand und ich habe noch einen vierten Tipp für dich um dich abgrenzen zu lernen und der ist lass dein Nein nicht übertrampeln dieser Tipp ist für alle Fälle so einer kleinen verbalen Übergriffigkeit Diese Methode braucht ein bisschen Mut deinerseits ist aber unglaublich kraftvoll damit spielst du den Ball dorthin zurück wo er hingehört und hilfst auch anderen bei ihrem inneren Wachstum es gibt so Menschen und ich glaube jeder kennt die irgendwie in seinem Umfeld da verwandelt sich dein ganz klar ausgesprochenes Nein auf dem Weg in ihr Ohr scheinbar in ein vielleicht und die ignorieren das einfach die gehen darüber hinweg als hättest du vielleicht gesagt und es gibt einen sehr kraftvollen Satz der dir jetzt helfen kann wenn so ein ausgesprochenes Nein übertrampelt wurde mit diesem Satz kannst du auf das was du vorher gesagt hast quasi zurück führen und dieses Nein bestärken ohne dass du das Nein wiederholen musst also immer dann wenn es übertrampelt und ignoriert wird und dieser Satz ist wie gesagt Beispiel du wirst zu Weihnachten gefragt ob du noch einen Nachschlag haben möchtest du antwortest Nein weil du bist ja satt und und ohne ohne dir richtig zuzuhören wird dir der Teller weggenommen und ein zweites Mal gefüllt vor dich hingestellt so jetzt könntest laut werden dich empören dein Nein wiederholen alles schweigend aufessen um es den anderen recht zu machen und dich hinterher über dich selber ärgern oder 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 aber ganz ehrlich damit wäre niemandem geholfen sondern diese Situation würde sich früher oder später wiederholen mein Vorschlag wäre du lässt jetzt diese Portion vor dir seelenruhig unangetastet dastehen du lehnst dich entspannt zurück und wartest ab so und irgendwann kommt vielleicht mal so eine Reaktion oder so eine erstaunte Nachfrage warum du das Essen auf deinem Teller gar nicht anrührst und jetzt kommt dein Satz alles was du jetzt sagst ist wie gesagt so ansonsten sagst du nichts mehr zu dem Thema lass die anderen ruhig kurz nachdenken was du gesagt hast halte die Stille aus halte die Blicke aus vielleicht grübeln die anderen auch tüchtig glaub mir das passiert dir vielleicht ein oder zweimal aber danach wird dein Nein sehr ernst genommen denn was passiert jetzt da ist eine Person die übergeht dich einfach als wärst du so ein dummes kleines Kind also wir sollen Kinder nicht so behandeln aber diese Person hat offensichtlich sich selber erhöht und schaut irgendwie auf dich herab und kann das Nein was du ausgesprochen hast nicht akzeptieren das verwandelt sich auf dem Weg in ihr Ohr vielleicht ja also die nimmt dich ganz offensichtlich nicht ernst die trampelt mal so frech über dein Nein hinweg Mütter haben manchmal die Tendenz ihre längst erwachsenen Kinder so zu behandeln und in dem Moment wo du dieses Nein gar nicht mehr wiederholst sondern nur noch die Tatsachen für sich sprechen lässt du rührst das Essen nicht an du ignorierst den vollen Teller und auf Nachfrage kommt aus dir nur noch der Satz wie gesagt muss die Person nachdenken was du gesagt hast das ist schon mal wichtig zweitens spielst du ihr super diesen Ball der Unhöflichkeit in ihr eigenes Feld zurück da gehört er nämlich auch hin zu der Person die sich wirklich unhöflich verhalten hat und dein gefüllter und unangerührter Teller ist für alle der sichtbare Beweis dass diese Person dein Nein einfach übertrampelt hat und jetzt wird es für die Person total unangenehm die dein Nein übertrampelt hat und dieses Vorgehen funktioniert super wenn du das aushalten kannst immer dann wenn dein Nein übertrampelt wurde und mit Absicht ignoriert wurde wenn das gar nicht ernst genommen würde oder du nur gefragt wurdest und aber die Antwort gar nicht abgewartet wurde und man dich einfach vor vollendete ab sofort mit diesem Satz aus wie gesagt trotz Nein ein geschenkter Alkohol stehen lassen wie gesagt trotz Nein steht der Weihnachtsbesuch unangekündigt auf der Matte stehen lassen wie gesagt Türe wieder schließen trotz Nein hast du ein Geschenk bekommen was du wirklich nicht haben wolltest stehen lassen wie gesagt beim ersten Mal wird dir das vielleicht noch schwer fallen und innerlich wird alles Amok laufen wie reagiert die Person jetzt gibt das einen riesen Familienkrieg besonders wenn du deine eigenen Wünsche ganz lange unterdrückt hast halte das aus nimm dir die Zeit dafür sitz die Sache aus weil du musst jetzt kurz ein bisschen Mut aufbringen um den Wachstumsschmerz der anderen auszuhalten und besonders Menschen die sehr gerne über andere hinweg trampeln die äußern diesen Wachstumsschmerz laut die beschweren sich die lamentieren du weißt jetzt das sind Wachstumsschmerzen du hältst diese Geräusche aus du sitzt da seelenruhig und und Einzige was du dazu sagst wenn die Person lange lamentiert hat ist ganz ruhig wie gesagt ja und das lohnt sich so sehr weil du ermöglichst es den Menschen dass sie sich innerlich weiterentwickeln dass sie in Zukunft deine Grenzen und auch die Grenzen anderer Menschen respektieren lernen und du hilfst ihnen damit sich weiter zu entwickeln und gleichzeitig wirst du selber immer selbstbewusster und ich traue dir durchaus zu dass du genau weißt bei welchen Menschen du diese Methode anwenden kannst und bei welchen nicht viel Freude dabei ja und damit sind wir beim zweiten Thema was meine Community mir eingereicht hat nämlich dem ganzen Thema Essen an Weihnachten mit Morbus Baseldo fangen wir mal an mit was mache ich wenn ich das klassische Weihnachtsessen nicht essen kann also es gibt auch für dich die Möglichkeit trotz Morbus Baseldo und trotz Schilddrüsen Überfunktion und trotz Iodkarenz am Weihnachtsessen teilzunehmen Es bedarf Es bedarf nur ein bisschen Planung Vorbereitung und ein bisschen Wissen Zunächst mal ist es ganz ganz wichtig dass du hier für dich klärst möchtest du das klassische Weihnachtsessen der anderen gerne mit essen oder ist es ähnlich nach deinem Geschmack also wenn es dir eh gar nicht schmeckt dann erklär einfach vorher dass du dir was eigenes mitbringen wirst weil das besser ist für deine Gesundheit sei hier ganz ehrlich sei hier ganz offen sag auch okay mir schmeckt es sowieso nicht so gut und mir ist meine Gesundheit gerade wichtig und deswegen geht es mir jetzt nicht um das Weihnachtsessen sondern ich möchte vielmehr gemütliches beisammen sein gemeinsamen Weihnachtsspaziergang Spiele Nachmittag mit euch verbringen whatever und wenn sich jetzt ausgerechnet die Schwiegermama mächtig ins Zeug gelegt hat mit ihrem dann kann es durchaus sein dass sie arg gekränkt reagiert also such ein offenes Gespräch im Vorfeld erklär deine Beweggründe und dann hast du dein Möglichstes getan letztlich hast du keinen Einfluss auf die Gefühle anderer Menschen aber du hast zumindest im Vorfeld dein Bestes gegeben und das ist gut genug jeder ist für sich und für seine Gefühle selber verantwortlich du kannst ja trotzdem ein Kompliment für den guten Duft des Essens dalassen und für all ihre Mühe und die schöne Tisch Deko oder 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 so wenn du hingegen gerne mitessen möchtest bei den anderen und gerne an dem Weihnachtsessen teilhaben möchtest ohne dein Topadöschen dann würde ich dir vorschlagen wie folgt vorzugehen erstens meide alle Lebensmittel bei denen wirkliche Unverträglichkeiten bestehen weil der Preis den du dann bezahlst gesundheitlich der ist zu hoch das wäre eine grobe Fahrlässigkeit dir selber gegenüber also beispielsweise wenn du eine echte Zöliakie hast und dann Gluten isst wirst du krass krank das gibt einen krassen Entzündungsschub in deinem Körper das ist niemals gerechtfertigt deswegen bring dir da auf jeden Fall dein eigenes Brot mit zweitens versuche zu erreichen dass mit jodfreiem Salz gekocht wird bring gegebenenfalls dafür in der Vorweihnachtszeit schon dein Salz vorbei bei der Person die an Weihnachten kochen wird macht einen schönen Besuch erklär kurz wieso weshalb warum bitte sie dieses an Weihnachten zu verwenden und dann hast du da auch schon mal dein Möglichstes getan und für alles andere die gute Tamarinde ist dein Retter sie ermöglicht dir in Bezug auf Jod auch mal zu sündigen da sie einen großen Teil des Jods aus dem Essen an sich bindet und gleichzeitig die Bildung von Schilddrüsen Hormonen blockiert du solltest die Tamarinde immer zum Essen dazunehmen und die Dosierung muss man bei Tamarinde immer ein bisschen ausprobieren mit der Zeit wirst du dafür dich rausfinden was das richtige ist ich habe in der Episode 5 zur Jodkarenz genau darüber schon mal gesprochen Der nächste Punkt ist dann mach dich locker und genieß das Essen Du hast jetzt so viele Steps getan also die unverträglichen Lebensmittel aussortiert dafür gesorgt dass mit jodfreiem Salz gekocht wird du hast dir die Tamarinde dazu geholt und jetzt genieß dein Essen das schlechte Gewissen und der Stress den du dir in deinem Kopf machst wenn du dir die ganze Zeit einredest oh mein Gott ich sündige ich sollte das jetzt nicht essen oh wie furchtbar das trappt deine Antikörper richtig nach oben und zwar viel mehr als jeder bisschen auf deiner Gabel es jemals können wird mach dich locker genieß dein Essen und letztlich bring dir einfach all das selber mit von dem du einfach weißt was für dich vom allgemeinen Tisch überhaupt nicht geht also wenn du weißt da gibt es jetzt also zum Beispiel Sushi Röllchen mit ganz viel Lachs und irgendeiner Fertigsauce wo Jotsalz drin ist das würde ich jetzt nicht unbedingt mit essen dann bring dir da einfach weiß ich nicht selber eine Portion Sushi mit ohne dieses Nuri Algenblatt und ohne den Lachs oder so ja also egal welche Variante für dich passt entweder ich bring mir mein eigenes Tupperdöschen mit oder ich esse mit bestimmten Vorkehrungsmaßnahmen bei den anderen mit in beiden Fällen würde ich dir vorschlagen dass du in den Folgetagen verstärkt antientzündliche Lebensmittel isst denn wenn du auswärts gegessen hast kann es ja sein dass möglicherweise entzündungsfördernde Stoffe in dem Essen drin waren und um diese Folgen jetzt abzumildern können dir antientzündliche Lebensmittel helfen du kannst aber auch noch während du quasi die Fremdmahlzeit zu dir nimmst antientzündliche Stoffe einnehmen zum Beispiel Antioxidantien Kurkuma Omega 3 Öl das gibt alles in Kapselform zum Beispiel bei Kidosha und einen entsprechenden Link dazu habe ich dir mit einem Rabattcode in die Shownotes gepackt machen wir mal weiter mit wie gehe ich mit all dem ungesunden Essen in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten um auch hier mach dich locker du kannst dich nicht gesund kasteien ich setze hier mal den Schwerpunkt auf Zucker also klar Zucker ist nicht gesund und ganz viel in der Vorweihnachtszeit ist einfach krass süß aber auch hier die Dosis macht das Gift du stirbst nicht an ein paar gebrannten Mandeln an ein paar Keksen und am Weihnachtsstollen das wichtigste ist auch hier versuche trotz der Schlemmerei ein bisschen auszugleichen durch gesunde andere Ernährung und vor allen Dingen versuche bitte immer deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten also insbesondere in Bezug auf zuckrige Dinge ist immer der Blutzuckerspiegel in den Blick zu nehmen der ist einfach so 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 krass wichtig für deine Hormone für deine Nebennieren und für deine Schilddrüsengesundheit du brauchst einen stabilen Blutzuckerspiegel und wie geht das indem du den Zucker den du zum Beispiel in den Keksen hast einfach geschickt kombinierst und dich gegebenenfalls bewegst wenn du Zucker beispielsweise mit Fett Eiweiß oder Ballaststoffen kombinierst dann bleibt deine Blutzuckerkurve viel stabiler als wenn du ihn pur genießt außerdem hält zusätzlich Zimt den Blutzuckerspiegel stabil und wirkt obendrein auch noch anti-entzündlich heißt die gebrannten Mandeln zum Beispiel sind eigentlich gar kein Problem weil durch das enthaltene Fett das Eiweiß die Ballaststoffe und den Zimt sind sie sogar eine relativ blutzuckerfreundliche Weihnachtsnascherei und haben sogar anti-entzündliche Eigenschaften durch den Zimt darüber hinaus kannst du ganz viel von der zuckrigen Energie die du so in der Vorweihnachtszeit naschen kannst in Bewegungsenergie umwandeln und auch dadurch bleibt deine Blutzuckerkurve stabil Kinder Kinder machen uns das so schön vor Kinder wenn sie auf Zucker sind also wenn sie ganz viel Süßigkeiten gegessen haben die fletzen rum die bauen diese ganze Energie einfach in Muskelbewegungskraft um die Folge ihr Blutzuckerspiegel bleibt viel stabiler nur wir Erwachsenen wir essen ein Kekschen nach dem anderen und bleiben auf unserem Popo sitzen ohne uns zu bewegen und das ist eben das Problem also darüber hinaus gibt es unendlich viele Möglichkeiten für dich gesund zu backen gesund zu naschen Google mal nach zuckerfreien Weihnachtsplätzchen wenn dir danach ist es gibt so tolle Rezepte da draußen es gibt auch eine ganz tolle Dattelschokolade das ist Schokolade die nur mit Datteln gesüßt ist die mega lecker ist die ich dir empfehlen kann und es gibt eine Zuckerart die sehr blutzuckerfreundlich ist und das ist Kokosblütenzucker der hält den Blutzuckerspiegel wirklich schön stabil wenn du das jetzt mit Zimt kombinierst hast du fast schon was gesundes geschaffen und ich kann dir die Produkte von Lebepur empfehlen die habe ich selber da die benutze ich total gerne in der Vorweihnachtszeit die haben richtig tollen Zimt also ich habe noch nie so einen toll duftenden richtig gut schmeckenden Zimt gehabt wie den von Lebepur der ist einfach sensationell und die haben richtig schön große Gebinde auch da kannst du vielleicht sogar die Bestellung teilen wenn du das nicht als Superfood noch benutzen willst und du bekommst dort auch einen ganz tollen Kokosblütenzucker du findest auch die Produkte von Lebepur in den Shownotes verlinkt und auch da habe ich einen Rabattcode für dich mit dem du 10% sparen kannst und zum Schluss bin ich gefragt worden wie erkläre ich meinen Lieben dass ich eine andere Ernährungsform habe ja mein Tipp wäre indem du dir zunächst selber einmal beantwortest warum du eine andere Ernährungsform gewählt hast mach das am besten schriftlich schreib dir das einfach alles mal auf also mögliche Gründe dafür könnten zum Beispiel sein dass du schneller gesund werden möchtest deine Schilddruse erhalten und die OP vermeiden möchtest dass du schneller von den Medikamenten loskommen möchtest dass du Entzündungen und Antikörper senken möchtest dass du aktiv etwas zu deiner Gesundheit beitragen möchtest dass du das Gefühl haben möchtest täglich etwas tun zu können um gesund zu werden dass du deine Symptome loswerden möchtest dass du vielleicht auch einen Zustand den du bereits erreicht hast weiter erhalten oder ausbessern möchtest dass du mehr Energie haben möchtest dass du wieder gesund durchs Leben tanzen möchtest und so weiter und so weiter und so weiter mach dir hier eine Liste die für dich stimmig ist die für dich passt und dann such dir am besten noch vor Weihnachten die Gelegenheit mit deinen Lieben zu sprechen vor allen Dingen mit der Person die sich um das Weihnachtsessen kümmert und leg ihr deine Beweggründe da mach vor allen Dingen klar dass es dir nicht darum geht die anderen alle zu deiner Ernährungsform zu überreden dass es hier nicht irgendeine lustige Version ist von ich bin jetzt ganz besonders vegan oder so und alle anderen müssen in meine Ernährungsreligion konvertieren mach auch klar dass es dir nicht darum geht im Mittelpunkt zu stehen und dass du nicht möchtest dass die Krankheit zum Weihnachtsgespräch Nummer eins wird dass es für dich okay ist wenn die anderen was anderes essen als du weil du einfach gerne für deine Gesundheit verzichtest oder falls du mitessen möchtest klärst du einfach auf wie das möglich ist dass du mitessen kannst mit den anderen sodass es dir nicht schadet und was du gegebenenfalls für dich selber mitbringst mach bitte auch deinen Lieben klar dass dir nicht geholfen ist wenn du bei jeder gemeinsamen Mahlzeit bedauert und bemitleidet wirst für das was auf deinem Teller ist im Vergleich zu dem was auf den anderen liegt das hilft einfach gar nicht ich weiß das noch dass sich das super unangenehm anfühlt und ich würde dir einfach raten das ganz klar am Anfang anzusprechen dass du das nicht möchtest mach deinen Lieben klar dass du gerne am Anfang das Weihnachtsessens einmal für alle erklärst warum du was anderes auf dem Teller hast aber dass du ansonsten lieber über andere Themen sprechen möchtest damit die Erkrankung nicht den ganzen Weihnachtstag dominiert und zeig und erklär dein Lieben wie sie dich unterstützen kann und wie sie dir auf deinem Weg helfen kann zum Beispiel indem sie nicht dauernd Morbus Basel thematisieren indem sie dich einfach ganz normal behandeln ganz unbeschwertes Weihnachtsfest mit dir verbringen so wie vor der Erkrankung auch meistens ist es ja so dass all die Kommentare die so von außen kommen wohlmeinend sind oder die Menschen das aus ihrer eigenen Unsicherheit daraus machen oder nicht wissen wie sie damit umgehen sollen und wenn wir da einfach Klarheit schaffen und unsere Bedürfnisse kommunizieren dann ist einfach allen geholfen dann wissen die anderen wie sie das zu nehmen haben warum das so ist und alles ist gut die meisten Konflikte entstehen ja weil wir falsche Erwartungen an etwas haben weil wir falsche Vorstellungen von etwas haben und die Erwartungshaltung dann nicht erfüllt werden Beispiel du isst das fünf Gänge Menü der Schwiegermutter nicht mit und du lehnst Omas Kekse ab die dir doch sonst immer super gut geschmeckt haben und diese extra für dich gebacken hat wenn du die anderen da reinlaufen lässt und erst an Weihnachten damit rausrückst dann sorgt das richtig für Enttäuschung weil die haben irgendwie erwartet du freust dich jetzt über das fünf Gänge Menü und du isst Omas Kekse wenn immer von vornherein klar ist nee du nimmst an dem fünf Gänge Menü nicht teil sondern du bringst dir was eigenes mit und Omas Kekse liebst du nach wie vor aber du wirst sie erst dann wieder essen wenn du richtig gesund bist und Oma braucht dieses ja nicht für dich backen aber weiß ich nicht wenn sie dir Socken strickt oder ein Foto von früher schenkt oder whatever bist du genauso glücklich dann wissen alle wie sie dir was Gutes tun können und dann ist gut indem du vorher für die richtige Erwartungshaltung sorgst beugst du diesen ganzen Konflikten und diesen ganzen Enttäuschungen vor mach dir hier bitte für dich auch nochmal klar dass es total okay ist was anderes zu essen als der Durchschnitt auch an Weihnachten deine Gesundheit ist schließlich wichtig ja und ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass deine Lieben dich irgendwie auch ein bisschen mögen und dass sie dir im Schnitt und unterm Strich wirklich was Gutes wollen und wenn du ihnen klar machst dass du in deiner gesündesten und vitalsten Version noch ganz lange fröhlich und glücklich an ihrer Seite sein kannst und dass ihr noch ganz viele Weihnachten in Gesundheit miteinander verbringen werdet wenn du jetzt ein bisschen deinen Körper unterstützt aus der Erkrankung rauszufinden ja warum sollten sie dich denn dann bei deinem Vorhaben nicht aus vollem Herzen unterstützen und damit sind wir schon beim dritten Thema was meine Community mir eingereicht hat und dieses Thema hat mich tatsächlich überrascht weil es so krass oft kam und das ist das Thema Alkohol Alkohol mit Morbus Basel an Weihnachten das hat mich deshalb so überrascht weil das in meiner Bubble überhaupt nicht mehr drin ist und ich habe völlig aus den Augen verloren bis diese Antwort in dem Fragesticker kam für wie viele Menschen Alkohol zu Feierlichkeiten wie Weihnachten Geburtstag Ostern etc. ein Thema ist ich habe in meinen Familien sowohl in meiner eigenen als auch in meiner Schwiegerfamilie das große Glück dass Alkohol so gut wie gar keine Rolle spielt aber auch nicht total verteufelt wird also ein Glas Rotwein zum Essen für den der mag auf Hochzeiten Sekt für den der mag für die anderen alkoholfrei oder mit O-Saft niemals Druck niemals Gruppenzwang niemals blöde Kommentare und niemals ist der Alkohol dominant ich persönlich trinke seitdem ich wieder gesund geworden bin so gut wie gar kein Alkohol mehr Ausnahme federweißer im Herbst da werde ich tatsächlich schwach einfach weil das krass lecker ist dieses angegorene Traubensaft Getränk das finde ich richtig lecker richtig frisch und ganz 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 selten gibt es mal ein kleines Glas Wein mit Freunden zum Essen ansonsten privat trinke ich nie Alkohol ich brauche Alkohol nicht er tut mir nicht gut und ja in den meisten Varianten ganz ehrlich schmeckt er mir auch nicht ich mag es auch gar nicht schwippst zu sein also ich kann einfach diesen Zustand innerer Leichtigkeit Gelöstheit und Heiterkeit auch mit einem richtig klaren Kopf und so viel gesünder und schneller erreichen dass ich den Alkohol der ja auch immer ein bisschen betorbt und dämpft überhaupt nicht mag und ich mag einfach dieses Gefühl von so einem dusseligen Kopf der sich ja früher oder später einstellt überhaupt nicht ja das ganze Thema Alkohol und Feierlichkeiten ist jetzt natürlich eins ich glaube die die aller wichtigste Frage die aller wichtigste Frage die du hier für dich erstmal beantworten musst ist dein Wozu also wozu möchtest du den Alkohol trinken da gibt es ja jetzt ganz ganz viele verschiedene Gründe zum Beispiel zum Lockerwerden als Genuss als Verdauungsschnaps aber einfach auch aus Zugehörigkeit weil einfach alle trinken du trinkst mit und dieses Wozu das würde ich jetzt gern mal so in den einzelnen Punkten so ein bisschen mit dir durchgehen also kläre für dich innerlich mal ganz ehrlich für dich wozu möchtest du Alkohol an den Feiertagen trinken was ist dein Wozu innerlich vielleicht ist es zum Lockerwerden und dieses zum Lockerwerden ist eigentlich immer auch eine Bewältigungsstrategie um mit Ängsten schlechten Gefühlen und Stress umzugehen und dazu gibt es gesunde Alternativen in geringen Mengen erscheint es uns so als würde Alkohol entspannend angstlösend und stimulierend wirken außerdem scheint er ganz kurzfristig die Stimmungslage zu verbessern scheinbar hilft er uns auch bei der Überwindung von Unsicherheit sowie Angst und distanziert uns so ein bisschen von negativen Gefühlen aber ist es wirklich so nach meiner Meinung nein Alkohol Alkohol macht dich nicht locker er enthemmt und er betäubt und beides ist nicht förderlich weil du das nämlich auf eine gesunde Art und Weise erreichen kannst und wenn du das nicht auf eine gesunde Art und Weise erreichen kannst sondern den Alkohol dafür brauchst dann solltest du dringend an dir selber arbeiten jedes mal wenn du Alkohol einfach nicht mehr einfach nicht mehr unentspannt und verkrampft bin und zwar 24-7 und deswegen brauche ich auch keine Drogen um locker zu werden sondern ich bin es einfach und das hat ganz viel mit deinem Nervensystem und auch mit einer Stressfolgeerkrankung zu tun weil wenn du ein so krass verschwandtes Nervensystem hast in Gesellschaft dass du dich mit Alkohol locker machen musst dann hast du ein ernsthaftes Problem und dann ist dir nicht mit dem Alkohol geholfen sondern dann ist dir mit irgendeiner Form von Therapie oder Coaching geholfen denn dein verspanntes Nervensystem ist Ursache deiner Stressfolgeerkrankung ich kann das dass ich heute völlig ungebremst und locker und lustig aus mir heraus sein kann ich Spaß haben kann ich albern sein kann ich auf Menschen zugehen kann ich Unterhaltungen mit Fremden anfangen kann dass ich über meine Gefühle sprechen kann aber das ist alles eine Folge von viel innerer Arbeit die dazu geführt hat dass ich heute ein sehr entspanntes Nervensystem habe und gesund bin und ich habe auch nicht mehr das Gefühl dass ich in irgendeiner Form nicht gut genug bin oder nicht dazugehöre wenn ich in Gesellschaft bin ich habe einfach keine Hemmschwelle mehr die ich erst wegtrinken muss um mich gut zu fühlen und ich finde das sollte dein Anspruch sein wenn du wirklich ganzheitlich und nachhaltig gesund sein willst und ich weiß dass das für dich möglich ist das ist für jeden möglich der diesen Weg gehen will im Mentoring arbeiten wir ganz intensiv an genau diesen Themen weil die so bedeutend sind für das wirkliche Aushallen eines Morbus Baselon letztlich sind die ganzen Dinge die da in diesem Alkohol verschwinden sollen harte innere Antreiber harte innere Kritiker harte mentale Muster vielleicht sogar ein Perfektionismus eine üble Stimme über dich selbst in deinem Kopf die du dir erstmal mit dem Alkohol wegtrinken musst bevor du dann locker bist und in Gesellschaft dich naja mit den anderen unterhalten kannst oder scheinbar aus dir herauskommen kannst und diese und viele weitere mentale Muster liegen immer bei einem Morbus Basel davor und deswegen ist es einfach so 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 wichtig daran zu arbeiten und der Alkohol wäre in diesem Fall sogar sehr kontraproduktiv ganz ehrlich ich beobachte die Menschen die Alkohol brauchen um dahin zu kommen wo ich heute die ganze Zeit bin mit sehr viel Mitgefühl weil oft sind das einfach nur sehr verunsicherte sehr verletzte innere Kinder die sich buchstäblich den Mut antrinken müssen um an ihrer brutal harten und gnadenlosen inneren Kopfstimme vorbeizukommen oder um sich zu enthemmen um endlich einmal frei sprechen zu können wer Frust Traurigkeit Stress oder dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug in Alkohol ertränken muss um locker zu werden der hat einfach keinen gesunden Umgang mit seinen Gefühlen und seiner inneren Welt erlernt und ist in einem sehr kenntlichen Zustand stecken geblieben ich für mich habe einen gesünderen und vor allen Dingen nachhaltigeren Weg zu innerer Leichtigkeit und Lockerheit gewählt den ich in meinen Mentorings weitergebe Ja der zweite Grund warum man Alkohol trinken kann ist Zugehörigkeit und auch da bitte ich dich ganz kritisch zu hinterfragen ist dein Warum warum du mittrinken willst an Weihnachten vielleicht dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und der Wunsch und der Wunsch nach Zugehörigkeit an sich ist ja erstmal nicht schlecht wir alle wollen irgendwo dazugehören die Frage ist nur müssen wir das über Alkohol trinken zeigen ein ganz häufiger Beweggrund Alkohol zu trinken sind eben genau diese sozialen Einflüsse und das umfasst einfach mehrere Ebenen zum einen ist es in Deutschland leider so dass Alkoholkonsum gesellschaftlich akzeptiert wird und sogar in ganz vielen Traditionen eingebunden wird also am Geburtstag wird mit Sekt angestoßen an Weihnachten gibt es bei vielen Menschen Alkohol und so weiter dann haben wir einmal unser Umfeld also Familie Freundeskreis Schule das Arbeitsumfeld die ebenfalls einen Einfluss auf das Trinkverhalten haben können wenn du in dir noch nicht gefestigt bist beispielsweise trinken viele Menschen auf Feiern mit anderen oft Alkohol obwohl sie das privat nicht tun würden wenn sie alleine wären es geht sogar so weit dass vor allen Dingen Jugendliche Alkohol trinken weil sie fürchten sonst aus irgendeiner bestimmten Gruppe ausgeschlossen zu werden und diese Angst vor dem ausgeschlossen zu sein das ist eigentlich das womit wir hier arbeiten müssten und da ist es letztlich auch wieder ein wie kann ich so viel innere Stärke erreichen dass ich über dieser Angst stehen kann hier zeigt sich nämlich ganz häufig die Angst vor Ablehnung vor negativen Bewertungen wenn du das nicht gelernt hast auszuhalten und für dich und für deine Wünsche einzustehen dann bist du hier wie das fähnlein im Winde und wenn dann eben Alkohol ausgeschenkt wird greifen viele Menschen an genau dem Punkt zu dem Glas obwohl sie es eigentlich lieber stehen lassen würden und wenn du dich jetzt gerade erwischt hast ist das erstmal nicht schlimm ich von jetzt könnte mich einer ablehnen mit meinen Kundinnen die lernen ihre Komfortzone zu verlassen und zwar so sehr dass es ihnen egal wird was andere sagen und was andere denken können weil jetzt beginnt wahre Freiheit jetzt hört dieser Wunsch everybody's darling zu sein ganz schnell auf jetzt kann ich wirklich authentisch sein und deshalb bitte ich dich auch hier ganz genau zu prüfen ob du Weihnachten nicht als Gelegenheit nutzen willst am Fest der Liebe ist vor allen Dingen mal dem wichtigsten Menschen in deinem Leben recht zu machen nämlich dir selbst und darauf zu pfeifen was den anderen wichtig ist und vielleicht hier auch noch ein Wort zu der Kritik die da kommen könnte wenn Menschen Anstoß daran nehmen dass du nicht mit trinken willst dann hat das nichts mit dir zu tun sondern nur mit den anderen in dem aufstehst und einstehst und sagst ich trinke das nicht weil mir schmeckt das nicht und ich habe auch keinen Bock auf Alkohol bist du ja das lebendige Beispiel für etwas was die noch nicht können und das triggert das triggert sie weil du bist diejenige mit der eigentlichen Stärke im Raum du stehst für dich auf und jetzt kann es sein dass blöde Sprüche kommen dass Kritik kommt und das ist eigentlich alles nur ein lautes Getöse derer die das noch nicht können und für die du gerade eine Projektionsfläche geworden bist die ganz klar zeigt hey guck mal da ist einer der das kann was du noch nicht kannst und das ist so eine unbewusste Geschichte die jetzt passiert will dir dieses Getöse einfach an wissend dass du im Moment die stärkste Person Hund in dem Raum wirst Übrigens falls du in der Gesellschaft sein wirst an Weihnachten wo Kinder anwesend sind bist du möglicherweise diejenige Person an der sie sich orientieren können wenn alle anderen Alkohol trinken und du für dich ausstehst und sagst nein ich mache das nicht als Kinder lernen wir von unseren Eltern und von Erwachsenen Bezugspersonen in unserer Umgebung sowohl den Umgang mit Gefühlen als auch den Umgang mit uns selbst und mit Alkohol und wir haben als Erwachsene immer auch eine Vorbildfunktion für Kinder und für solche Kinder die nur jetzt im Körper eines Erwachsenen stecken ein weiterer Grund um Alkohol zu trinken ist der Genuss was ist mit Genuss was ist wenn es jetzt das eine Glas Wein zum Essen sein soll ja klar Alkohol ist nicht gesund und um es hier mal so deutlich wie nur möglich zu sagen es ist der Super Gau für deinen Blutzuckerspiegel und deine Nebennieren mal abgesehen davon dass das Nerven und Zellgift in deinem Körper allerlei anderen Schaden anrichtet ich habe für mich grundsätzlich beschlossen dass meine Gesundheit mir das höchste gut ist und dass sie mir grundsätzlich wichtiger ist als der Genuss von Alkohol von den wenigen vorhin erwähnten Ausnahmen mal abgesehen und damit sind wir ja auch schon beim Thema aus Genuss mache ich auch schon mal eine Ausnahme wissend dass ich mir nichts Gutes tue aber dass mein Körper heute wieder gesund genug ist sonst stets gesund genug ernährt wird und den Alkohol glücklicherweise wieder abbaut und wenn es für dich ein besonderer Genuss Moment ist und du bei deinem Warum vorhin ganz klar festgelegt hast es ist definitiv nicht dass ich will dazugehören es ist definitiv auch nicht ich will mich locker trinken sondern es ist wirklich für mich der pure Genuss dieses Glas Weihnachtsrotwein zu was weiß ich was ihr an Weihnachten schönes auf dem Tisch habt zu trinken ja so what dann trinkst doch einfach wenn es dir einfach gut schmeckt dann finde ich ist das ein vertretbares Warum wenn das wirklich und ehrlich ist und nicht vorgeschoben ist solange du es nicht brauchst um irgendwas zu kompensieren ist nach vertretbar und auch hier gilt wieder diese Regel alles zur rechten Zeit alles im rechten Maß auch meinen Kundinnen im Mentoring bringe ich bei dass wir bei allem so eine gesunde 80-20 Regel machen 80% halten wir uns strikt an den Gesundheitsplan 20% machen wir Ausnahmen um gesund und glücklich zu sein und unser Leben genießen zu können und wenn für dich wirklich dieser Weihnachtsgenuss da im Vordergrund steht dann genieß dein Glas Rotwein wenn du jedoch weißt dass du ein irreschlechtes Gewissen dir selber gegenüber haben wirst kurz nachdem das Glas unten ist oder du dich später gesundheitlich richtig schlecht fühlen würdest weil dein Körper die ganz klar signalisiert hat also im Moment war ich finde rein zu spüren ob du es dir und deinem Körper zur Zeit zumuten magst ist Eigenverantwortung und Selbstkompetenz und ich glaube du kannst das ja und dann möchte ich noch auf eine kurze Sache eingehen den Verdauungsschnaps weil das auch immer so ein Ding ist was mit Weihnachten in Verbindung daherkommt also braucht es den Verdauungsschnaps ja das das meiste Weihnachtsessen das klassische Gans Lebkuchen Fondue das ist sehr mächtig und sehr fettig und Magen und Leber freuen sich bei all dem guten Weihnachtsessen über ein wenig Entspannung aber Alkohol ist dabei keine Hilfe dass dieser Verdauungsschnaps die Verdauung fördern würde ist ein Mythos der sich leider hartnäckig hält es ist zwar so dass Schnaps betäubt und auch die Muskulatur des Magens lockert und damit das volle Gefühl verschwindet aber es bedeutet nicht dass deine Verdauung besser läuft ganz im Gegenteil dein Magen bekommt Probleme insbesondere in Verbindung mit fettigem Essen greift der Alkohol die Leber an die sowieso schon überlastet ist was dann wenn man das oft passiert zu einer Fettleber führen kann und es ist daher viel viel besser für dich deine Leber nicht auch noch doppelt zu belasten sondern sie das Weihnachtsessen verdauen zu lassen und und dir lieber gesündere Abhilfe zu schaffen und das kannst du zum Beispiel tun mit einem Pfefferminztee oder mit verdauungsfördernden Kräutern und Gewürzen wie Ingwer, Kümmel, Oregano und Fenchel und was dir auch sehr schön helfen kann sind zum Essen eingenommene Verdauungsenzyme wie das Papain und Bromelin die kommen aus der Papaya und der Ananas und die können helfen insbesondere eiweißreiche Speisen viel leichter verdaulich zu machen und es ist ein phänomenales Gefühl mit diesen Verdauungsenzymen zu arbeiten ich dir das erste Mal genommen hatte konnte ich gar nicht glauben wie krass gut sich mein gesamter Magen und mein Verdauungssystem angefühlt haben und das wäre sowas was ich dir als Tipp mitgeben wollen würde wenn du das Gefühl hast mir könnte das Weihnachtsessen möglicherweise schwer im Magen liegen dann schau doch mal in die Shownotes ich verlinke dir mal Papain und Bromelin die Verdauungsenzyme von Kidosha die sind richtig toll die kommen in so einem kleinen Gläschen in Kapselform daher du nimmst einfach zwei zum Essen dazu und die können wirklich sehr schön unterstützen dass nachher eben nicht so dieses schwere Völle Gefühl da ist ja und damit sind wir jetzt auch schon beim vierten Thema was meine Community mir eingereicht hat und das ist ein großes es geht nämlich jetzt um den ganzen Stress rund um Weihnachten den ganzen Stress in der Vorweihnachtszeit Stressregulation Stressreduktion den ganzen Mental Load und all das was wir an Aufregung rund um das Weihnachtsfest so erleben können in meiner Umfrage bei Instagram wurde dieses Thema am häufigsten genannt ich habe jetzt zehn Tipps für dich gesammelt wie auch dein Weihnachten so entspannt und friedlich werden kann wie es früher einmal war und ganz ehrlich gerade die Vorweihnachtszeit bietet dir unglaublich viele Gelegenheiten aus deinen Basel du musst dann auszusteigen und Weihnachten und die Zeit davor ganz anders und vielleicht zum ersten Mal auf eine authentische und für dich gesunder Art zu verbringen also hier kommen zehn Tipps die dir eine entspannte und schöne Vorweihnachtszeit und ein entspanntes Weihnachten ermöglichen Tipp 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 eins Mach dich von falschen Idealen frei und schraub die Erwartungen runter Der wahrscheinlich wichtigste Tipp für ein entspanntes Weihnachten kommt hier gleich am Anfang Löse dich innerlich von alten Klischees Gerade in der Adventszeit werden wir von allen Seiten mit Idealbildern einer perfekten Familie eines perfekten Weihnachtens eines perfekten Baums eines perfekten Gänsebrattens eines perfekten Geschenkestapels und whatever bombardiert und der Vergleich zu unserer eigenen Realität zu Hause mit der vermeintlichen Weihnachtsidylle die es so zu erreichen gilt die zieht uns runter und verursacht krass viel Stress wenn zu viele Aufgaben und zu viele negative Gedanken sich vor Weihnachten in deinem Alltag breit gemacht haben dann lässt sich auch die allerbesinnlichste und schönste Zeit nicht mehr wirklich genießen wenn du Kinder hast ist es an dir als Mama oder Papa das Tempo ein bisschen zu reduzieren schafft positive Erlebnisse für euch alle und stimmt die Kinder auf deiner Art auf das Weihnachtsfest ein auf das sie sich in der Regel sowieso sehr entspannt und sehr sorgenfrei freuen verabschiede dich mal vom perfekten Weihnachtsfest das gleichermaßen alle glücklich macht die Chance dass sich die Pläne in diesen Zeiten in allerletzter Minute ändern dass doch noch jemand in Quarantäne muss dass irgendwem der Braten anbrennt dass irgendetwas schiefläuft ist einfach viel zu groß geh also innerlich schon mal mit dieser Erwartungshaltung an Weihnachten ran alles kann nichts muss weil dann fühlen sich kleine Rückschläger auch nicht so schlimm an du hast sie ja quasi im Vorfeld schon eingeplant klar kannst du wie in den vergangenen Jahren auch alles dafür tun um dem Ideal von außen irgendwie nah zu kommen und gerecht zu werden du kannst aber dieses Weihnachten auch einfach mal die Alternative wagen frag dich doch einfach mal wirklich und ehrlich in einem stillen Moment ob dieses Hollywood artige Weihnachten was in der Werbung so überzeichnet dargestellt wird wirklich dein ganz persönliches Idealbild von Weihnachten ist ist es dir wirklich wichtig dass zu Weihnachten alle im selbstgestrickten Rentierpulli rumlaufen macht es dich wirklich ehrlich und von Herzen glücklich deine Schwiegereltern mit einer Gänseleber zu verwöhnen ja magst du überhaupt den Braten oder kochst du die Speise nur weil man das halt an Weihnachten traditioneller Weise so macht äter frag einfach mal all die Gewohnheiten rund um Weihnachten ob du die wirklich und von Herzen willst wie auch auf deiner Heilungsreise gilt hier trau dich deine ganz eigene Vorstellung eines gelungenen Festes zu verwirklichen statt Braten gibt es vielleicht belegte Brötchen und statt des klassischen frisch geschlagenen Christbäumchens vielleicht auch einfach nur den Weihnachtstrauß aus selbst gepflückten Tannenzweigen die hübsch zusammengebunden in der Vase stehen und geschmückt werden erlaubt es doch was dich wirklich froh macht auch wenn es mit einem traditionellen Weihnachten gar nichts zu tun hat Tipp Nummer zwei ist eine Herausforderung mit Menschen für Morbus Basel du aber du kannst dich dem ja vielleicht annähern und das ist den eigenen Perfektionismus ablegen wie oft bin ich früher in der Vorweihnachtszeit über meinen eigenen Perfektionismus gestolpert oh man ich sehe mich noch auf den letzten Brücker super früh aufstehen in der Küche hantieren Dinge anfangen die ich ewig nicht fertig bekommen habe wo nicht nur ich frustriert war sondern meine lieben irgendwann irgendwann auch und alles nur weil ich innerlich ein perfektes Bild im Kopf hatte was ich erreichen wollte was ganz ehrlich niemandem hier wirklich gedient hat gerade wir Menschen mit Morbus Basel stellen besonders hohe Ansprüche an uns und Weihnachten kann ganz schnell zur anstrengendsten Zeit des Jahres werden erinnere dich mal an den O-Ton von vorhin die Frau hat genau das beschrieben ich habe meinen Perfektionismus über Bord geworfen aber an Weihnachten gelingt es mir einfach nicht warum ist das so da gibt es so viel zu schmücken zu kochen zu verschenken und wenn jetzt all diese To-dos perfekt werden müssen weil du einen krassen harten inneren Antreiber hast dann ist der X-Mess Burnout vorprogrammiert deswegen mach dich so gut du kannst locker deine Gesundheit ist das aller wichtigste sieh die Vorweihnachtszeit vielleicht mal so als ein Trainingscamp des Lebens extra für dich vorbereitet an dem alle teilnehmen damit du mehr Gelassenheit üben kannst und jeder Tag in der Vorweihnachtszeit ist ab jetzt für dich ein Tag Gelassenheitstraining nichts muss jetzt mehr perfekt sein Weihnachten muss nicht perfekt sein sondern echt sein und echt ist eben nicht perfekt dieser Podcast ist auch nicht perfekt ich sitze hier und meine Stimme kratzt noch so ein bisschen und ich habe mich schon gefühlt 80 Mal versprochen was meine VA alles nachher rausschneiden wird aber das 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 ist ja hier ist nichts perfekt verzeih dir vermeintliche Fehler beim Plätzchen backen schmückt den Baum mit Freude auch wenn er etwas buschiger ist oder etwas gerader sein könnte und sei einfach mal super stolz wenn dein Kind dir richtig schiefe Flötentöne zu Weihnachten vorspielt einfach weil es das kann und weil es dich liebt Tipp Nummer drei ist und auch das ist ein wichtiges Learning für dich mit Morbus Basel auch mal ablehnen und nein sagen schon die Zeit vor dem Weihnachtsfest ist ja meistens knallvoll mit Terminen mit Weihnachtsfeiern mit To-Dos und dann kommt garantiert noch irgendwer und fragt kannst du mal eben kurz für mich oder könntest du noch gerade das und das sei es die Weihnachtsfeier in der Firma der Schulbasar das jährliche Adventskonzert der Kinder in der Kirche der Umtrunk auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden nimm dir vor jedem dieser To-Dos ganz kurz Zeit und mach mal einen radikal ehrlichen Check-In in dir selbst möchtest du das gerade wirklich noch in deinen Plan aufnehmen hast du gerade die Energie dazu und trau dich hier einmal wenn das Nein in dir kommt das Nein auch auszusprechen und das ein oder andere Event einfach mal abzusagen Davon zerbrechen keine Freundschaften davon geht die Welt nicht unter und du wirst sehen dieses Nein wird mit der Zeit immer leichter je öfter du das aussprichst und es fühlt sich nachher so gut an einmal Nein gesagt zu haben und dafür mehr Zeit für dich zu haben noch schnell die Plätzchen für die Feier im Kindergarten backen ist toll wenn du das schaffst aber es ist auch vollkommen in Ordnung wenn du das dieses Jahr nicht hin bekommst es ist auch vollkommen in Ordnung mal in den Supermarkt zu gehen und eine Packung Kekse zu kaufen das ist am Anfang wirklich schwer auch ich habe das lernen dürfen und auf diesem Weg in die Neins sind viele meiner Ideale gestorben aber du wirst merken dass ein Nein zu Anderen immer ein Ja zu dir selbst ist und dass das so gut tut Tipp Nummer 4 Reduziere den Geschenkestress es gibt sogar eine Umfrage die ganz klar belegt hat dass Menschen sich in der Vorweihnachtszeit am allermeisten durch die Suche nach passenden Geschenken gestresst fühlen oh man da du an einer Stressfolge Erkrankung leidest es ist echt Zeit diesen Faktor zu minimieren fange am besten damit an dir zu überlegen wem du wirklich etwas schenken willst wahrscheinlich sind das gar nicht allzu viele und ganz ehrlich deine Herzensmenschen erwarten mit Sicherheit keine Geschenke Berge gerade den liebsten sind kleine und persönliche Präsente vielleicht aber sogar Aufmerksamkeit und Zeit doch viel viel wichtiger statt für jeden das perfekte Geschenk zu suchen ist es auch absolut okay allen mal das gleiche zu schenken also wie wäre es zum Beispiel mal damit dass alle Freunde ein Glas selbstgemachte Marmelade bekommen oder selbstgemacht oder so was oder Wand Wand oder oder Wandbilder oder ähnliche Dinge ich kann dir hier mal einen schönen Impuls mitgeben den wir in meiner Schwiegerfamilie immer machen und zwar wichteln wir wir wichteln meistens im Oktober das heißt alle Namen kommen in einen Topf also alle Namen aus der Familie und jeder zieht dann quasi einen Namen und das ist dann man ist dann Wichtel für diese Person und man stellt dann bei uns bis Weihnachten ein selbst gebasteltes Geschenk für diese Person her bedeutet jeder bekommt Weihnachten nur ein Geschenk aber das ist dann selber gemacht und mit sehr viel Liebe und ich kann dir gar nicht sagen wie viel Zauber dieses Wichteln auf unserer Weihnachtsfest gelegt hat weil da so tolle so krass kreative Projekte entstanden sind so schöne Dinge bei rausgekommen sind wir haben jetzt auch das Glück dass wir eine handwerklich echt begabte Familie haben wo mit ganz viel Liebe wirklich schöne Dinge gefertigt wurden denen man auch angesehen hat dass die Person sich richtig Gedanken gemacht hat was der jenige gebrauchen kann und sogar die Kinder haben richtig schöne Sachen hergestellt nicht einfach nur ein Bild gemalt sondern die haben sich Unterstützung gesucht und wir haben in den letzten Jahren super viel mit unseren Kindern gewerkelt und gebastelt in der Vorweihnachtszeit und es war einfach er hat so diesen Zauber von Spannung und Aufregung beim Auspacken der Geschenke total reingebracht und wir haben es dann auch immer so gemacht dass wir nicht nicht drauf geschrieben haben von wem das Geschenk ist sondern nur für wen und derjenige musste raten von wem er glaubt dass er das Geschenk bekommen hat es wurde aber noch nicht aufgelöst sondern es wurde dann erst zum Schluss aufgelöst und das war immer richtig witzig also wirklich wirklich schön ja und weiterer Tipp um Geschenke Stress zu reduzieren ist einfach mal Zeit und Zuneigung zu verschenken ich glaube dass das in dieser Zeit wo wir so sehr viel Wert auch aufs Materielle legen tatsächlich eines der kostbarsten und schönsten Geschenke sein kann Zeit mit den Menschen zu verbringen verschenkt doch gemeinsame Erlebnisse für Kinder gemeinsame Zoobesuche oder gemeinsame Schwimmbad Besuche oder verschenke gemeinsame Lesezeit oder einen gemeinsamen schönen Stadtbummel mit anschließendem im Café sitzen und sich unterhalten also du kennst deine Liebsten am besten weißt was da passt aber ich glaube du hast schon verstanden was ich dir hier sagen will ja mit Kindern ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger den ganzen Konsumwahn ein bisschen einzuschränken weil Kinder erwarten irgendwo auch dass Geschenke kommen und das ist auch verständlich schließlich kennen sie es ja auch aus den letzten Jahren nicht anders aber ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen also ältere Kinder sind überraschend einsichtig wenn es um die Umsetzung eines nachhaltigen Lebensstils geht und man kann denen sehr gut erklären hey hört mal dieses Weihnachten gibt es nur zwei Geschenke oder so für jeden und auch wenn man den kleinsten rechtzeitig verrät dass das Christkind dieses Jahr nur zwei Geschenke tragen kann weil es so viel zu tun hat dann kommt bei der Bescherung erst gar keine Enttäuschung auf wenn du die Geschenkeflut so ein bisschen eindämmen möchtest kann es manchmal auch helfen rechtzeitig mit allen Großeltern oder Patentanten zu sprechen und die vielleicht für ein Gemeinschaftsgeschenk zusammenlegen zu lassen wenn das Kind etwas Größeres gebrauchen kann das kann auch sehr sehr schön sein und ganz klare Ansagen der Eltern helfen da einfach auch den Personen von außen das passende Geschenk wirklich dann zu finden eine ganz liebevolle und klare Kommunikation ist manchmal auch echt wichtig weil auch aus meinem eigenen Familienumfeld war es mal wichtig zu einem bestimmten Zeitpunkt manche Personen daran zu erinnern dass Weihnachten nicht unbedingt eine Geschenke Dusche auf die Kinder herab regnen muss sondern dass das Kostbarste was wir den Kindern wirklich geben können einfach Zeit und Zuwendung ist und es ist auch vollkommen okay ganz klar zu kommunizieren wenn es eine bestimmte Art von Geschenken oder Spielsachen gibt die du für deine Kinder nicht 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 möchtest dass du ganz klar kommunizierst dass es das in deinem Haushalt nicht geben soll wenn du etwas nicht willst stehe dafür ein es sind deine Kinder es ist dein Haushalt es sind deine Regeln und es hat genau an dem Punkt auch in meiner Familie mal sehr gekracht da habe ich mich dann durchgesetzt und ich bin heute sehr froh darüber weil das einfach eine Nachhaltigkeitsgeschichte war wo ich einfach nicht wollte dass so billiges Plastikspielzeug massenweise in meinem Haushalt gelandet ist und es hat ein bisschen gedauert bis die Person einsichtig war aber ich bin sehr froh dass ich es damals gemacht habe weil mein Haushalt dadurch lange Zeit von diesen Sachen verschont geblieben ist und meine Kinder auch sehr früh gelernt haben bestimmte Dinge zu hinterfragen ein Tipp möchte ich dir noch gerne mitgeben von einer Freundin von mir die hat eine richtig coole Idee gehabt und zwar hat die auf ihrem Handy eine Geschenken Notiz eröffnet da sammelt sie das ganze Jahr über Ideen immer wenn sie eine Person trifft und ihr ein guter Gedanke kommt hey die Person könnte jetzt das und das Geschenk gebrauchen oder das wäre für die und die Person sinnvoll oder die interessiert sich für das und das dann macht sie sich da eine kurze Notiz dran und kurz vor Weihnachten öffnet sie echt schön weil von ihr dann Dinge kommen die ich selber quasi dann schon vergessen habe die ich irgendwann mal geäußert habe und ich bekomme die dann und denke mir so Wahnsinn sie hat sich das gemerkt so auch wie schön ja und das ist also auch eine Möglichkeit einfach ideenmäßig aus dem vollen schöpfen zu können es ist natürlich auch toll diese Liste zu haben für Geburtstage da gibt es Tipp Nummer 5 ist Lerne zu delegieren Weihnachten ist doch eigentlich das Fest der Liebe und der Familie und da wäre es doch so schön wenn auch alle Familienmitglieder mithelfen würden den Heiligabend erfolgreich zu feiern das bedeutet aber auch dass du dich traust Aufgaben an deine Lieben abzugeben und das fällt insbesondere uns Basel Frauen oft so schwer einmal aus Perfektionismus andererseits haben viele von uns auch gerne so einen kleinen Kontrolletti und wollen lieber alles selber machen und dafür wissen wie es gemacht wird und eigentlich hast du jetzt hier eine richtig tolle Möglichkeit beide Dinge ja auch in diesem Weihnachtstrainingscamp jetzt mal so ein bisschen abzubauen klar wenn du abgibst kann es schon mal sein dass die Kugeln am Baum nicht zu 100% zusammen passen und Oma Inge ein oder zwei Liter Eier Likör zu viel ins Dessert gelaufen sind aber erinnere dich hier einfach an Tipp Nummer zwei nicht perfekt ist gut genug neben dem eigenen Kontrollzwang ist es aber auch oft falsche Scham die uns Basidola davon abhält aktiv Unterstützung einzufordern diese diese Scham so ach dann bin ich ja schwach und verletzlich dann kriege ich es alleine nicht hin und entgegen unserer Befürchtung ist es oft so dass andere sich echt freuen wenn sie uns unterstützen können selbst deine Schwiegermama wird sicher gern was zum Buffet beitragen und deine Kinder schmücken den Baum vielleicht super begeistert auch wenn dann vielleicht alles an den unteren Zweigen hängt und Onkel Hans wird sich hingebungsvoll um die Getränkeversorgung Heiligabend kümmern und so weiter weißt du was das Beste ist du lässt einfach mal los und trainierst und hast den Weihnachtsstress für dich reduziert kleiner Tipp noch für dich schau dir mal die To-Do-Liste mit allem was du gerne für Weihnachten erledigen möchtest an und jeden Punkt guck mal unter folgenden Gesichtspunkten an wer kann mich dabei unterstützen wer kann mir das abnehmen wer kann das vielleicht sogar besser als ich wer macht das lieber als ich was möchte ich unbedingt alleine machen und was ist eigentlich gar nicht so wichtig und kann auf die Nice-To-Helf-Liste wenn noch Zeit ist und das nimmt dir hier wirklich viel Druck raus wenn du das so umsetzt Tipp Nummer 6 ist ähnlich wie vorhin mit den Bedürfnissen besprecht eure Vorstellungen von Weihnachten gemeinsam damit gar nicht erst irgendwelche Missverständnisse aufkommen jedes Familienmitglied hat ja seine eigene Idealvorstellung vom perfekten Weihnachten im Kopf und daher kann es enorm hilfreich sein wenn ihr euch einfach vorher mal absprecht wer eigentlich was erwartet Kirche für alle ja oder nein Essen und dann Bescherung oder umgekehrt Film schauen oder lieber Weihnachtslieder singen oder beides nacheinander es ist durchaus möglich dass nicht jede Vorstellung umgesetzt werden kann und dass es beim Planen Konflikte geben kann aber es ist immer noch besser als wenn es an Weihnachten eskaliert oder also je früher ihr eure Wünsche für das Heilige Fest besprecht desto schneller können Kompromisse und Lösungen gefunden werden Tipp Nummer 7 Vorbereitung ist die halbe Miete um den Advent und die ganze Vorweihnachtszeit so unbeschwert wie möglich genießen können solltest du die Weihnachtsvorbereitung nach Rate rechtzeitig starten selbst wenn du dieses Weihnachten entspannter und minimalistischer angehen möchtest als sonst es gibt immer noch viel zu tun und wenn du nicht alles am Tag vor dem Fest erledigen musst dann hält sich der Stress sogar ziemlich in Grenzen schreib alle To-Dos auf einen großen Zettel und dann delegierst du erstmal alles davon weg was andere für dich machen können und dann arbeitest du die anderen Punkte ganz entspannt ab du kannst ganz viele Geschenke schon Ende November besorgen du kannst schon vorher Plätzchen backen die halten sich gut verschlossen locker bis Weihnachten und was ich dir hier nochmal mitgeben möchte und das ist ganz besonders wichtig Selfcare ist auch Weihnachtsvorbereitung oh ja Bewegung im Tageslicht mach einen schönen Winterspaziergang geh in den Wald tank frische Luft erstens löst das Stress zweitens ist es so gut für deinen gesamten Hormonhaushalt für deine Schilddrüse Bewegung an der frischen Luft ist in der trüben Winterszeit noch viel 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 wichtiger für dich als sonst und es sorgt für einen höheren Vorrat an dem Botenstoff Serotonin und dieser Neurotransmitter ist für deine gute Stimmung verantwortlich und wenn du mit hohem Serotonin in das Weihnachtsfest rein startest dann hast du stressigen Situationen einiges entgegenzusetzen deine Stimmung wird es dir danken Tipp Nummer 8 Meide an Weihnachten heikle Themen missioniere nicht lebe und lasse leben so wenn das Fest der Liebe endlich da ist und du es sogar dieses Jahr mal geschafft hast entspannt und ohne Druck die ganze Frühweihnachtszeit zu meistern jetzt sogar alles rechtzeitig erledigt ist der Baum steht die Geschenke sind besorgt du hast sogar das Essen delegiert es wird Pizza geliefert dann kann ja jetzt eigentlich ein fröhlicher Abend mit deinen Lieben Beginn und das Einzige was jetzt noch schief gehen kann ist schlechte Stimmung oder sogar Streit richtig genau und paradoxerweise birgt gerade das Fest der Liebe oder der Familie ganz ordentliches Konfliktpotenzial eben gerade weil alle den Anspruch haben einen super krass harmonischen Abend miteinander zu verbringen und da ja schon innerlich der Stress und der Druck steigt und dann kommt noch dazu dass es möglicherweise sowieso schon Probleme und Konflikte in der Familie gibt die seit Jahren bestehen und da treffen jetzt eben alle aufeinander gegen tiefliegende familiäre Probleme gibt es leider keinen besseren Tipp außer dass du jetzt hier ein perfektes Trainingsumfeld hast und lernen kannst in Ruhe bei dir zu bleiben und zu akzeptieren dass die Menschen aus deiner Familie so sind wie sie sind es gibt so einen Spruch liebe deine Familie aber wähle deine Freunde mit bedacht manchmal können wir nicht anders als die Menschen zu lieben und sie einfach sein zu lassen oft triggert das beisammensein mit unserer Kernfamilie auch alte Kindheitswunden und solange in dir noch keine Persönlichkeitsentwicklung noch keine Aufarbeitung deiner Kindheit und auch kein bewusster Ablöseprozess von deinen eigenen Eltern stattgefunden hat wirst du wahrscheinlich früher oder später sehr schnell sehr emotional und sehr kindlich reagieren weil du voll in alte Muster zurückfällst wenn der ganze Clan beisammen hockt und es geht nicht nur dir so sondern das geht allen so Selbstbeobachtung ist hier ein erster und ganz wichtiger Schritt um zu erkennen was dich triggert und dann gegebenenfalls diese Themen mit einem Coach oder Therapeuten aufarbeiten und wenn du jetzt merkst an Weihnachten kommt bei Thema X immer so in mir die Galle hoch oder jedes Mal wenn mein Papa sagt oder macht dann notiere dir das alles mal dann hast du für das neue Jahr direkt schon guten Vorsatz woran du arbeiten kannst was du aber sehr sehr gut umsetzen kannst auch an Weihnachten ist das Ausklammern von allen Themen von denen du weißt dass sie schwierig sind also Beispiel ihr habt in der Familie unterschiedliche religiöse und politische Ansichten dann ist der Weihnachtsabend einfach nicht der richtige Moment um sich darüber auszutauschen wenn du Familienmitglieder hast die sich spinnefeind sind dann wäre es sehr überlegenswert diese nicht zusammen einzuladen und um niemanden zu bruskieren könntest du auch am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem schönen Zusammensein mit Teil 1 einladen und am zweiten mit Teil 2 manchmal ist es wirklich besser wenn sich Menschen aus dem Weg gehen und sich gar nicht begegnen Kleiner Tipp noch wenn es ein Thema gibt bei dem du einfach weißt okay das hat in dieser Familie totales Konfliktpotenzial und jedes Mal wenn das einer anspricht dann knallt und du merkst so oh da steuert jetzt jemand drauf zu dann kannst du auch einfach das Thema wechseln indem du zum Beispiel aktiv ganz konkrete Fragen stellst dieser Person also was hast du dieses Jahr alles schönes erlebt oder wo warst du im Urlaub oder was war eigentlich früher als du klein warst deine liebste Sache an Weihnachten sowas ganz wichtig ist auch dass du nicht missionierst deine Familie kommt zum Weihnachtseisen zusammen und nicht um in deine Religion zu konvertieren oder um deinen Ernährungsstil zu übernehmen oder 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 ja also wenn Onkel Fritz sich den Weihnachtsbraten so richtig schmecken lässt und das Fleisch lobt und du bist eigentlich extrem Veganer dann könnte es dich ja vielleicht jucken zu kommentieren dass der Fleischgenuss ganz und gar ungesund und schädlich für die Umwelt ist und so weiter und so fort aber ganz ehrlich wir alle lassen uns doch am ehesten durch Vorbilder überzeugen und nicht durch Menschen die uns belehren also inspiriere aber missioniere nicht Tipp Nummer neun ist für das Weihnachtsdinner keep it simple ja möglicherweise geht es dir so wie den meisten Menschen du wirst schon eigentlich seit gefühlt September geframed wenn du nur bei Aldi einkaufen gehst durch all die vielen Gourmet Produkte die überall in diesen schicken schwarzen Verpackungen auftauchen dass es an Weihnachten auch gourmet mäßig zugehen muss und ich bin selber jahrelang drauf reingefallen möglicherweise geht es dir so wie mir dass du so diesen Wunsch hast dich an Weihnachten jetzt endlich mal von deiner allerbesten Sterne Koch Seite zu zeigen schließlich liegt es ja nicht an deinen mangelnden Kochkünsten dass es bei dir fast immer nur Nudeln mit Tomatensauce gibt sondern einfach darin weil es die Kinder so gern essen und jetzt willst du allen mal an Weihnachten durch ein Fünf-Gänge-Gala-Menü beweisen dass du eine gute Köchin bist und am liebsten willst du auch noch ein Menü zaubern das sowohl für empfindliche Mägen geeignet ist als auch den Kindern schmeckt und das sind meistens so Momente wo das ganze Unternehmen in einem Riesenstress und Chaos für die Köchin endet ich würde dir vorschlagen dass du es einfach hältst insbesondere wenn Kinder da sind weil Kinder finden lange Essen unglaublich anstrengend weil die sind zappelig bis es Geschenke gibt und wenn sie die Geschenke dann haben dann wollen sie auch damit spielen und nicht essen was am Ende übrig bleibt in der Erinnerung wird sowieso die Menge an Harmonie sein die an diesem Abend geherrscht hat und gar nicht so sehr was es speziell zu essen gab und ich kann dir sagen wie wir das in unserer Familie machen und zwar machen wir so ein lustiges Motto kochen also wir legen jedes Jahr ein Land fest zum Beispiel Marokko oder Schweden hatten wir auch schon und dann kochen wir Gerichte die es in diesem Land gibt und zwar jeder bringt einfach was mit und wir machen dann ein Buffet mit ganz vielen Überraschungen das Einzige was wir so ein bisschen festlegen ist wer bringt Nachtisch mit wer bringt was zum Hauptgang mit damit nicht nachher nur noch Nachtisch dasteht und das ist so cool das macht so Freude sich dann da durchzuschlemmen und all die verschiedenen Dinge zu essen die zu zu kann und das funktioniert für uns sehr sehr gut und bei den Plätzchen machen das ganz genauso da bringt einfach jeder ein bisschen was mit und schon ist der bunte Teller für alle am Nachmittag fertig letzter und wichtigster Tipp so simpel er klingt nimm alles mit Humor wenn du es schaffst dass du alles mit Humor und Gelassenheit nimmst dann wird es viel viel einfacher für dich aber auch für alle um dich herum wir alle wünschen uns doch eigentlich ein gut gelauntes genussreiches und friedliches Weihnachtsfest und das beginnt immer auch mit deiner inneren Schwingung mit deiner inneren Ausrichtung du kannst nicht beeinflussen wie sich die anderen fühlen oder verhalten aber du kannst immer Verantwortung für deine eigene innere Welt und deine innere emotionale Ausrichtung übernehmen habe das Mindset heute bringt mich nichts aus der Ruhe und ich sehe in allem das Gute ich nehme alles mit Humor und Freude und freue mich an allem Schönen was mich umgibt und ich suche so lange bis ich es finde am Ende des Tages ist Weihnachten auch nur ein Tag in einem langen Jahr missglückte Geschenke können zur Not schließlich umgetauscht werden oder gespendet werden Tränen kannst Glück all diese Lappalien ändern doch nichts daran dass du an Weihnachten mit deinen Liebsten im Warmen zusammen sein kannst dass die Zeit miteinander verbringt das ist doch eigentlich die wahre Magie von Weihnachten nimm dir ein Beispiel an den Kindern lache wieder viel spiele viel und freue dich am funkeln der Lichter auf dem Weihnachtsbaum und vielleicht findet Weihnachten für dich auch gar nicht jeden Tag unterm Weihnachtsbaum statt wir waren mit unseren Kindern zum Beispiel schon am zweiten Weihnachtstag anstatt auf Familienbesuch einfach mal im Freizeitbad inklusive Sauna und weil es an dem Tag tüchtig geschneit hat lagen wir nachher alle fünf nackt im Schnee und haben Schnee engel gemacht und es war so ein toller Tag wir haben so viel Spaß gehabt wir haben so viel gelacht und unsere Kinder schwärmen heute noch von diesem Weihnachten als wir damals im Schwimmbad und in der Sauna waren ja und ich hoffe dass dir diese zehn Tipps geholfen haben deinen Weihnachtsstress jetzt ein bisschen zu minimieren dass sie dir helfen die Adventszeit und den Heiligabend ganz besinnlich und in Ruhe und mit entspanntem Nervensystem über die Runden zu bringen ich wünsche es dir auf jeden Fall und damit sind wir jetzt beim letzten und fünften Thema dieser langen 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 Weihnachtsepisode und jetzt Trommelwirbel kommt die Weihnachtsüberraschung ja was wäre Weihnachten schließlich ohne Überraschung ich habe dir ja schon am Anfang dieser Episode angekündigt dass da was für dich kommt und ganz ehrlich diese Weihnachtsüberraschung ist nicht nur von mir sondern auch von Kiddosha und jetzt ist endlich Zeit ein weiteres Geheimnis zu lüften was wir lange für dich für euch meine Community vorbereitet haben es ist ja so die Jodkarenz die bei Morbus Basel notwendig ist macht dir oft eine Teilnahme am sozialen Leben schwer bis unmöglich das habe ich auch an den vielen Fragen gemerkt die meine Community mir zum Thema Essen eingereicht hat letztlich kannst du ja nur abwägen ob du deine Gesundheit riskieren willst und jodhaltige Speisen isst oder ob du verzichtest und dich dadurch gesellschaftlich isolierst und nicht wirklich teilhaben kannst am fröhlichen miteinander die Spontanität geht dir verloren weil immer wenn du auswärts isst musst du umständlich planen richtig entweder kannst du dein Essen selber mitbringen oder du musst eine mehr oder weniger umständliche Recherche anstellen ob mit Jod gekocht wird was ja meistens der Fall ist aber selten bewusst ist und in allen Fällen wenn du anfängst zu recherchieren kommen Rückfragen und dein Umfeld stellt dir viele ermüdende und lästige Fragen zu den ganzen Gründen für dein Vorgehen und ehe du dich versiehst wird deine Krankheit zum Mittelpunkt des Abends anstatt das fröhliche beisammen sein bei mir war das auch immer so Teilnahme am Weihnachtsessen war immer verbunden mit entweder schlechtem Gewissen mir selbst gegenüber weil ich entweder das normale Essen verzehrt hatte und dann gegebenenfalls die gesundheitlichen Folgen aushalten musste wie eine Nacht mit Herzrasen Zittern und Durchfall dazuliegen oder ich musste verzichten und mir meine eigenen Speisen mitbringen und dann musste ich wieder erklären warum ich das jetzt mache und wenn ich dann mein Tupperdöslein ausgepackt habe dann war wieder so dieser volle Fokus von mir aber auch von den anderen auf der Erkrankung und ich habe dann zugeschaut wie es den anderen schmeckt und es hat mir nicht so ganz dabei oder ich bin peinlicherweise die Person die hier das Extrawürstchen braucht und die alles kompliziert macht weil ganz oft war es in meiner Familie dann so dann ja komm wir machen dir dann was extra und hier ist dein Portionchen für dich und das war für mich aber auch kein Aufwand für euch meinetwegen und ja also war alles so ein bisschen nicht ganz optimal und vielleicht geht es dir sogar so dass und wie stell dich doch nicht so an so schlimm wird das doch nicht sein so ein bisschen jod oder vielleicht versinkst du dann auch in so einem Mitleid was dann von außen kommt also gerade meine Freunde haben am Anfang meiner Erkrankung sehr krass so reagiert so oh du Arme du kannst das jetzt alles nicht mehr essen oh wie schlimm für dich oh das hat es auch nicht angenehmer gemacht alles ist nicht schön und weder Weihnachten noch ein anderes Fest sollte so für dich aussehen du hast schon genug mit deiner Erkrankung zu tun und ich hab's dir vorhin ja beim Thema Essen schon erwähnt Tamarinde ist hier deine Retter sie ermöglicht in Bezug auf Jod auch mal zu sündigen sündigen in Einführungsstrichen hier bitte da sie einen großen Teil des Jods bindet und die Bildung von Schilddrüsen Hormonen blockiert wichtig ist dass du sie zum Essen dazu nimmst bisher gab's aber hier auf dem Markt nur die etwas schwächer wirkende asiatische Tamarinde in Form von Tamarinden Paste zum Beispiel aus dem Asialaden die schmeckt sehr sauerfruchtig und ich hab's zu meinen Baseldo-Zeiten immer so gemacht dass ich sie mir in den Saft eingerührt hab und zum Essen dazu getrunken hab bei der asiatischen Tamarinde musst du die Dosierung auch wirklich gut ausprobieren also bei mir waren das meistens so ein bis zwei gute Esslöffel pro Mahlzeit in so einem Glas und es gibt aber eine viel wirksamere Form nämlich die wilde Tamarinde die Weißkopf Mimose und wenn du in den letzten Tagen mein Profil auf Instagram aufmerksam verfolgt hast dann weißt du dass ich auch dazu viel gepostet habe in seinem Buch Baseldo-Healing beschreibt der Schilddrüsenexperte und Arzt Dr. Bernd Rieger auf Seite 107 auch genau diese Form der Tamarinde und mich hat es als ich das damals gelesen hatte schon unglaublich gewurmt dass ich nicht an das Original herankam also dass ich nicht an die Weißkopf Mimose herankam weil die hätte ich damals gern gehabt und ich musste mir immer mit der etwas schwächeren asiatischen Variante helfen außerdem fand ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig diese saure Paste löffelweise zu mir zu nehmen und ich musste dann halt immer die Paste und einen Löffel in meiner Handtasche mitnehmen wenn ich weggegangen bin klar das ging aber das Optimum war es nicht und wenn du mich schon eine Weile verfolgst dann weißt du dass ich immer versuche für dich oder für meine Community das zu erschaffen was mir damals als ich noch krank war am meisten gefehlt hat und deshalb habe ich nicht locker gelassen und gemeinsam mit Kidosha haben wir die Möglichkeit gefunden dir die wilde Tamarinde anzubieten voraussichtlich aber nicht ganz sicher in der 51 Kalenderwoche also genau die Woche vor Weihnachten wird die wilde Tamarinde in Form von Kapseln im Glas im Lager von Kidosha ankommen sobald sie da ist kannst du sie dir bestellen und sie dann immer in deiner Tasche haben wenn du auswärts essen gehst und ein bis zwei Kapseln pro Mahlzeit nimmst du dann dazu und kannst dann das Essen unbeschwert genießen was auf deinem Teller liegt und es freut mich so sehr dass ich dir das jetzt hier sagen kann weil das dir einfach wieder ermöglicht ganz viel Freiraum zu haben ein riesiges Dankeschön und ein riesiges riesiges Shoutout an Kedosha besonders an die wunderbare Alessandra Lindner die so viel Einsatz und so viel Herzblut gezeigt hat und ganz viel recherchiert und geplant hat und erfragt hat und organisiert hat dass die Tamerinde nach Shield MB jetzt unser zweites Baby ist was wir für alle Menschen mit Morbus Basado in die Welt bringen können um euch einfach das Leben ein bisschen leichter zu machen ohne Alessandra und ohne Kedosha wäre das so ganz sicher nicht möglich gewesen und deswegen ein Herzens Dankeschön an dieser Stelle von mir ganz persönlich ja und wenn noch alles sehr sehr gut läuft und dafür darfst du jetzt mal gemeinsam mit mir feste die Daumen drücken dann kannst du noch vor Weihnachten die wilde Tamerinde bestellen möglicherweise wenn wirklich alles zu unseren Gunsten läuft ist sie dann rechtzeitig bis Weihnachten da aber möglicherweise auch nicht möglicherweise wirst du sie erst nach Weihnachten bestellen können wir stecken da nicht drin das liegt einfach an den ganzen Wegen und dem Produktionsverlauf aber was sehr sehr wahrscheinlich ist ist dass du sie an Silvester da haben wirst und nutzen kannst auf jeden fall wird das Jahr 2023 für alle Menschen mit Morbus Basel die Jodkarenz betreiben ein bisschen einfacher was das Auswärtsessen angeht ja das war die Weihnachts Überraschung und auch für die Tamerinde gilt der Rabatt Code 10 Gerti den du auf alle deine Bestellungen bei Kedusha anwenden kannst und du bekommst dann automatisch 10% auf deine Bestellung abgezogen und damit sind wir am Ende dieser super langen und wunderschönen Weihnachtspodcast Special Episode angekommen und ich bin so dankbar dass meine Stimme durchgehalten hat ich habe ganz oft zwischendurch getrunken du wirst es nicht hören weil das wird alles rausgeschnitten aber ich bin zwischendurch sogar mal rausgelaufen zum Wasserhahn und musste meinen Hals durchspülen damit ich weitersprechen konnte ja und ich hoffe dass du ganz ganz viel für dich mit rausnehmen konntest und dich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr auf Weihnachten freust und dem ganzen Weihnachtsrummel mit viel mehr Gelassenheit und dem Blick für das Wesentliche entgegenschauen kannst und jetzt würde ich mich wahnsinnig freuen wenn du dir gleich kurz die Zeit nimmst und mir als dein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen eine schriftliche Bewertung für den Tschüss Basel Podcast auf Amazon oder Apple Podcast oder gerne auch unter meinem Video auf meinem YouTube Kanal zu dieser Podcast Episode da lässt und wenn du dem Podcast fünf Sterne schenkst bitte teil diesen Podcast auch mit allen Menschen denen er helfen kann und ich glaube dass gerade in dieser Weihnachtsepisode auch ganz viel drin ist für Menschen mit gesunder Schilddrüse du ermöglichst es dem Podcast einfach dadurch von noch mehr Menschen gefunden werden und noch mehr Menschen zu erreichen und ja ich weiß das klingt immer so blöd am Ende dieses komm bitte gib dem Podcast eine Fünf Sterne Bewertung einzusprechen hier aber es ist nun einmal so ohne eine positive Bewertung und ohne die Sterne wird der Podcast einfach so viel schwerer gefunden Jede Bewertung und jedes Versenden von fünf Sternen hilft dem Podcast jede positive Rezension unterstützt mich auf meiner Mission so vielen Menschen mit Morbus Base Dovino möglich dabei zu helfen ein leichteres Leben zu führen ihre Schilddrüse behalten und schließlich gesund werden zu können denn jede Schilddrüse zählt Lass uns gerne in Kontakt bleiben folg mir bei Instagram wo ich noch viel viel mehr Content teile und fast täglich in den Storys bin wenn du gerne im nächsten Jahr deine Gesundheit auf das nächste Level bringen möchtest und vor allem in einer wunderbaren Gemeinschaft aus anderen Menschen von mir lernen möchtest wie ich es geschafft habe meinen Baseldo endgültig hinter mir zu lassen dann bewirb dich gerne für das Gruppen Mentoring übrigens wird es im nächsten Jahr auch zum allerersten Mal eine Gruppe mit Männern geben du findest wie immer alle Links zu mir und meinen Programmen in den Shownotes und nun wünsche ich dir von ganzem Herzen eine besinnliche und ruhige Vorweihnachtszeit und ein herrliches Weihnachtsfest mit deinen Lieben das deinen Bedürfnissen gerecht wird und an dem du wieder voller Leichtigkeit und Freude teilnehmen kannst und den Weihnachtszauber so richtig genießen kannst wie auch immer das für dich ganz individuell aussieht fühl dich mit Liebe fest umarmt fröhliche Weihnachten deine Gertin